So, hallo, schönen guten Tag. Moin. Wir sind jetzt eine Minute früher, sehe ich gerade. Wir haben noch 15,59, aber schon einige Leute, die zugucken. Deswegen, wir sind beide ganz aufgeregt, dass wir starten wollen. Auf jeden Fall. Das digitale Jugendzentrum Jutsdigi ist wieder online nach einer einwöchigen Pause. Letzte Woche haben wir nicht gesendet. Heute sind wir wieder dabei und haben wieder einen interessanten Gesprächspartner dabei. Jan Eggers ist Vorsitzender vom Kreisschülerrat und stellt sich einmal selbst vor. Ja, moin. Ja, mein Name ist Jan Eggers. Ich bin Vorsitzender des Kreisschülerrats hier im Landkreis Harburg. Bin Mitglied im Ausschuss für Schulen und Sport hier im Landkreis. Bin in mehreren Arbeitsgruppen und Workshops des Landkreises hier. Okay. Und bist selbst auch noch Schüler, ne? Ich bin Berufsschüler, genau. Auf welche Schule gehst du? Ich gehe auf die BBS Winsen halt. Ich bin Berufsschüler, heißt auch so, vor allem, ich mache nie mehr eine Ausbildung. Und deswegen gehe ich auf die BBS. Okay. Der Erste schreibt schon hier in den Chat. Horst Holz, unser Stammgast. Moin. Genau. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache eine Ausbildung zum Einzelhändler im Bereich Lebensmittel. Ah, okay. Deswegen ganz hochspannend. Wirklich sehr interessant. Wirklich Einzelhändler ist ja immer sehr spannend, auch im Lebensmittelbereich. Und deswegen, das ist auch ein Beruf, was in die Zukunft immer geht. Ja. Genau. Und wir haben heute, ihr habt wieder im Fragen-Sticker ganz viele Fragen gestellt. Dem Scheiß-Schülerrat. Das ist natürlich ein schwieriges Wort. Den Kreisschülerrat natürlich. Entschuldige bitte. Fragen, die den Kreisschülerrat betreffen. Und aber auch ein bisschen geht es um Schule generell. Da haben wir ein paar Sachen, wo wir ja beide auch vielleicht was zu sagen können, weil wir immer mit Schulen zusammenarbeiten. Du ein bisschen mehr als ich. Ja. Ich freue mich. Genau. Und aber bevor wir starten, du hast ja gerade, wir haben ja immer der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen sozusagen, unsere Gesprächsrunde machen und die Geschenkeliste mit eingebaut haben, ist ja, weil wir gerne Geschenke haben wollen. Aber wir haben ja auch immer Geschenke dabei. Du hast gerade gesagt, ihr seid viel in Ausschüssen, viel in Sitzungen unterwegs. Da ist es ja oft so, es dauert oft lange, Leute quatschen sich nicht richtig aus und es geht an die Nerven. Da braucht man viel Nervennahrung. Geil. So rumhalten. Deswegen ist unser Geschenk Jokolade. Oh, klasse. Ich freue mich. Wow, klasse. Ja, weil, also, Schokolade ist ja ein kleines bisschen Schleichwerbung, ich habe die schon mal verschenkt an jemanden, aber die ist echt lecker. Das ist meine Lieblingsschokolade. Ich freue mich, ich nehme die zum nächsten Ausschuss, Termin, ach, die ist aber erst später, aber wenn ich in einer Arbeitsgruppe bin und im Workshop, nehme ich das mit und denke an dich. Aber ich habe natürlich auch etwas, eine Digi-Schildkröte habe ich so die Günden tauft. Deswegen, glaube ich, wir haben die jetzt nicht so gesehen, hier eine kleine Digi-Schildkröte. Yeah. Hat sogar eine kleine Bedeutung. Ja, hau raus. Und zwar, nicht ohne Grund heißt die Digi-Schildkröte, weil es ein Symbol ist, vor allem, dass die Digitalisierung natürlich sehr schleppend geht, so wie eine Schildkröte, die ist ja auch extrem langsam halt. Deswegen halt, aber ich fand die wirklich so toll und ich sehe so, das ist doch was Tolles. Das ist mega cool. Sie kriegt einen Ehrenplatz natürlich im Jugendzentrum. Da habe ich gedacht, darüber freue ich mich, da komme ich da gerne zu Besuch. Genau. Aber ich suche jetzt gerade eine positive Assoziation, also gebe ich dir in vielen Punkten recht, schleppend und langsam, aber... Aber es geht voran, es geht voran. Und stabil. Genau, es geht langsam, aber es geht voran. Und nicht angreifbar, weil wenn sie keinen Bock hat, dann zieht sie sich zurück in den Panzer und bleibt auch so stabil. Also Schildkröten sind stabile Tiere auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also Lea, wenn du zuguckst, wir können schon mal einen Platz suchen im Jutz, wo die stehen wird. Mega geil. Ja, vielen Dank. Ja, bitte, ich freue mich. Was soll man dazu sagen, sagt Horst Holz, zu der Schildkröte oder zum Schülerrat? Du kannst natürlich ganz, ganz viele Fragen auch hier stellen. Ihr könnt natürlich auch anrufen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr direkt mit uns reden wollt, dann ruft ihr hier gerne im Studio an. Wenn ihr Fragen an Jutz habt, an mich habt oder wenn ihr Fragen an Jan habt, rausdreht. damit, kein Problem. Genau. Und. Ja, wie cool. Tosi Pollock guckt gerade, eine sehr gute Kollegin, guckt gerade aus der Rückfahrt beim Auto, weil das Netz in Dänemark so gut ist. Ja. Da muss man auch nichts mehr dazu sagen. Da hätte man hier in Deutschland wahrscheinlich. Hallo? Hier ist nämlich gerade Studio-Hotline ruft an. Aber hat auch nicht geklingelt. Machen wir sie auch nicht. Ja. Also steht hier, dass jemand anruft. Naja. Ja, also in Deutschland kannst du auf jeden Fall in der Autobahn keinen Livestream gucken. Nee, noch nicht meine Fahrt vor Windels nach Harburg. Da ist das eh schon, bin ich auch schon froh, wenn ich irgendwie irgendwas im Internet habe oder empfangen habe mal. Ja. Aber das ist pfff. Genau. Genau. Und neben den Geschenken haben wir aber noch eine zweite Rubrik, die wir unseren Gästen als kleines Geschenk mitgeben sozusagen. Wir haben ja auf unserem Instagram-Account eine Juts-Playlist erstellt. Ja. Und bitten ja unsere Gäste immer ein Lied mitzubringen, wo man sich, wenn man vielleicht Langeweile hat, wenn man auf der Suche nach neuer Musik ist, nach Inspiration ist, kann man sich so ein bisschen durch die Playlist klicken und da kannst auch du gerne ein Lied draufpacken, wenn du möchtest. Ja, ich habe schon einen ausgesucht halt und zwar das Song mit dem Titel Das sind wir von Joris halt, auch ein kleines Symbol halt so von wegen, das sind wir als Schüler oder Schülerinnen halt auch und man soll uns auch nicht so vergessen halt, was man auch gerne tut. Ich kenne tatsächlich kein Lied von Joris, außer das, was Herz über Kopf, Hals über Kopf. Kann sein. Womit der bekannt geworden ist, keine Ahnung. Man hat beispielsweise so, wenn ich irgendwie Zug fahre oder irgendwo zur Arbeit gehe oder zur Schule halt, dann gucke ich einfach auf Spotify einfach die nächste Playlist, die mir so gefällt und auch einfach manchmal reinhören und so und Partons sind ja immer so, wo man sagt, egal, die höre ich mir an und dann geht man wieder und hört man die immer wieder gerne. Mein Sohn heißt Joris, eigentlich müsste ich den viel mehr feiern, den Sänger. So sieht schon. Er hieß schon Joris, bevor der Joris cool war, also genau. Wir waren schneller mit unserem Joris. Genau. Dann fangen wir an mit den ersten Fragen, die so gestellt worden sind. Du hast eben schon so ein bisschen angeteasert, also die erste Frage ist nämlich, was ist der Kreisschülerrat überhaupt? Ja, der Kreisschülerrat ist einfach die zweitgroße Interessensvertretung hier im Landkreis. Wir vertreten, sage und schreibe, circa 40.000 Schülerinnen und Schüler hier im Landkreis Haarburg, das geht vom Primarbereich, Fachdeutsch, bisschen blöd, ist natürlich vom Grundschulbereich bis zu weiterführenden Schulen und Ende bei den Berufsbildenschulen, wir gehen einfach alle Schülerinnen und Schüler hier im Landkreis Haarburg ab. Auch die Berufsbildenschulen, wie gesagt, ich bin ja selber Berufsschüler halt. Wir sind im Schulausschuss, wir sind in Workshops und Arbeitsgruppen dabei und wir sind halt, wir sind auch wirklich im Gesetz verankert halt und darüber sind wir auch wirklich stolz, auch wirklich die Interessensvertretung hier im Landkreis halt zu stellen halt. Wir sind auch wirklich eine wichtige Institution hier im Landkreis, weil wir haben ja auch im Schulausschuss auch nicht nur Beratungsrecht, wir sind da nicht nur einer, der daneben steht, sondern auch wirklich einer da Sprachrecht hat, auch Abstimmen und kann auch selber Anträge reinschmeißen halt, was zum Beispiel ein paar andere Parteien, also ein paar Personen, die noch nicht mal da sind, sondern nur Beraterpersonen, wir sind da zum Beispiel auch höher als ein paar Schulleitungen halt dort, weil die nur beratende Personen sind und wir haben natürlich auch Antragsrecht, was auch wirklich mega nice ist. Das wollte ich also fragen, ihr habt Antragsrecht, aber kein Stimmrecht? Doch, wir haben, wir sind, wir sind so, wir sind gleichgestellt, so wie eine, eine Mitgliederin oder Mitglieder von einer Partei, die dort anwesend ist. Und jetzt musst du, glaube ich, einmal nochmal so ein kleines bisschen erklären, was der Kreisausschuss ist? Genau, der Kreisausschuss ist halt dafür da, um die schulische Sachen einfach abzustimmen halt. Das ist ein, ähm, ein Gremium, wo halt, ähm, ein politisches Gremium halt, ein politisches Ausschuss, wo halt... Der wurde ja, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, vor zwei Wochen praktisch gewählt hier im Landkreis Saarburg. Ja, der Kreistag wurde neu gewählt halt. Der Kreistag wurde neu gewählt. Ja, und im November, glaube ich, heißt das so, da kommt wieder der neue Kreistag zusammen mit den neuen MitgliederInnen halt und da werden dann wieder die neuen Leute reingewählt und da wird es wieder alles neu gemischt und so. Und in den Ausschüssen sind halt dann auch die Parteien, Fraktionen, Gruppen auch dabei und dann sind halt, ähm, nehmen wir als Schülervertreter auch Elternvertreter dabei, ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter, ähm, Schulleitung ist dabei, ähm, haben wir wirklich ein großes Spektrum halt. Wir haben auch den Sport auch im Ausschuss, da ist auch der KSB zum Beispiel auch drinne halt. Ähm, das, das, der Ausschuss, ähm, ist wirklich ein, wirklich ein hohes Politikum halt. Wir sehen natürlich auch vor kurzem halt, wir, ähm, das Ausschuss entscheidet unter anderem auch von wegen, was mit baulichen Maßnahmen zu tun hat, ähm, oder halt auch, ähm, über Schulformen auch unter anderem halt. Das ist auch nur, nur so kurz angepickt, äh, eingepickt halt, weil das wirklich extrem großes Spektrum ist, weil alles, was in Schulen gemacht wird, was mit Bauen zu tun hat, muss es entschieden werden und das macht das Gremium eigentlich großartig. Und da habt ihr sozusagen immer mit Stimmrecht? Wir haben ein Stimmrecht, Beratungsrecht, Antragsrecht. Wir sind ein vollständiges Mitglied dort. Ja. Ähm, das heißt zum Beispiel in Salzhausen, unsere Grundschule wird ja neu gebaut? Ja, das ist aber was anderes, das ist wieder extrem kompliziert, weil wir können nur darüber entscheiden, welche Trägerschaft das heißt. Okay. Weil Grundschulen ist die Trägerschaft bei der Gemeinde, bei Salzhausen halt und das entscheidet da der Schulausschuss. Okay. Wir entscheiden dann halt grundsätzlich halt nur, was für Weiterführenden und BBS ist, was die Trägerschaft beim Landkreis ist. Okay. Aber, du sagst, die Grundschulen sind trotzdem mit drin, bei euch im Kreisschülerrat? Genau. Die sind, die sind Entsendungsberechtigt halt. Die können, ähm, einem Mitglied oder Mitgliederin zum Kreisschülerrat entsenden halt und sind dann bei uns im Kreisschülerrat Mitglied halt. Das ist, ähm, weil es ist halt so, wenn man im Kreisschülerrat rein möchte halt, ist das halt natürlich, muss man sich als Klassensprecher oder Klassensprecherin oder eine Stellvertretung aufstellen lassen und dann muss man von der SV dann dahin entsendet werden halt. Da wird auch nebenbei noch den Schülersprecher, Schülersprecherin und die Stellvertretung gewählt und alles. Und dann ist auch alle zwei Jahre halt, weil bei uns im Landkreis, das ist, ähm, wenn da ungerade Jahre sind, wird bei uns auch neu gewählt und so und dann sendet dann die Grundschule, Oberschule oder das Gymnasium halt, ähm, ein Mitglied zum Kreisschülerrat. Ja. Deswegen und, ähm, ja, das, und die sind dann für zwei Jahre dann auch im Amt. Okay. Ich frag dich einmal gleich nochmal, äh, wie es genau zusammengesetzt wird, weil die Frage auch kommt, aber hier ist gerade jemand, äh, der eine Frage stellen möchte. Andreas Scheuer hat sich hier angemeldet. Man sollte eigentlich meinen, Andreas Scheuer hat gerade andere Sorgen. Einen Tag nach der Bundestagswahl. Äh, aber ja, hau raus, Herr Scheuer. Also klar kann man hier Fragen stellen. Du kannst doch gerne anrufen. Die Nummer steht oben. Ich kann sie sonst nochmal reinschreiben. Sonst frag ich erstmal weiter. Also, was sind so, weil du gesagt hast, äh, Stimmrecht habt ihr, was sind denn so, ähm, wenn du dich zurückerinnerst, Abstimmungen, wo du denkst, dass ihr da gut, ähm, ähm, agiert habt, oder was sind so zum, dass man vielleicht, weil du sagst, das ist ja ein hohes Gremium, dass man Stimmrecht hat in einem Schulausschuss auf Kreistagsebene. Finde ich natürlich auf jeden Fall. Wann kommen die Lüftungsgeräte? Machen wir gleich. Gute Frage. Ähm, ist ja ein hohes Gremium und, ähm, was, also, dass man einen kleinen Einblick hat, mit was beschäftigt ihr euch intellektuell? Äh, äh, ähm, mit was beschäftigt ihr euch thematisch? Was sind da Sachen, die ihr, ähm, zur Vorlage abstimmen müsst? Also, was sind da so zum Beispiel, hast du da ein Beispiel? Ähm, eigentlich schwierig zu sagen halt, weil, ähm, die Sachen, die da abgestimmt werden, sind eigentlich immer großartig, eigentlich immer große Projekte. Wie zum Beispiel letzte Woche war es halt, was auch, ähm, unter anderem auch im Wochenblatt stand und auch in der Winzeranzeige ist natürlich auch die, ähm, IGS-Situation. Das wird zum Beispiel auch abgestimmt. Oder auch zum Beispiel, wie jetzt hier auch die Frage kam halt auch, wie die, äh, Lüftungsgeräte halt unter anderem auch. Da wird es auch, ähm, auch zum Beispiel thematisiert halt, ähm, oder Bauvorhaben halt. Da wird dann zum Beispiel nachgeschaut, okay, was ist, was ist das Beste halt, wie welchen, ähm, wie viel Budget, wie viel wollen wir in die Schule investieren und so. Was ist auch zum Beispiel wegen Schultransporte und so, ähm, oder auch Schulöffnungszeiten halt. Wann beginnt denn zum Beispiel eine Schule und so, die, ähm, das wird dann auch im Kreiausschuss thematisiert hat, das wird dann in Antrag gestellt hat und da muss er, ähm, auch gemacht werden. Das ist, und dann müssen wir auch als Kreisschülerrat auch an den SVs reingehen und nachfragen, wie findet ihr das, äh, was sagt ihr denn dazu und alles und das tragen wir dann auch im Ausschuss weiter. Zur Erklärung nochmal, weil du mit den, äh, Abkürzungen arbeitest, SV ist die Schülervertretung der jeweiligen Schule, ne? Genau, die SV ist halt, ähm, es gibt halt, die SV kann man so sagen, das ist das, das Gremium von, wo alle Klassensprecher, Klassensprecherinnen und die Schülersprecher einfach alles in einen Topf reingeschmissen worden ist. Also, wenn man es praktisch aufbaut, hast du in jeder Klasse einen Klassensprecher, eine Klassensprecherin? Genau, eine Stellvertretung. Genau. Die wählen den Schulsprecher, die Schulsprecherin? Genau, weil die Klassensprecher, Klassensprecherin oder wenn die keine Klassensysteme haben, sondern ein Jahrgangssystem, haben die ein Jahrgangssprecher, Sprecherin halt, die packen, ähm, die gehen dann alle in einen Rat, das ist der Schülerrat, kurz SR genannt halt und im SR wird dann halt zum Beispiel der Schülersprecher, die Stellvertretung, die Beisitzer gewählt oder manchmal auch geht es, gibt es auch Schulen, die einfach alles zusammen machen, in einem Team geht ja auch zum Beispiel und dann wird es dann auch in Arbeitsgruppen, im Schulvorstand, in Gesamtkonferenzen auch eingewählt und dann auch zum Kreisschülerrat und in unseren drei, ähm, in vier Kommunen ist es auch so, dass sogar ein kommunaler Schülerrat existiert. Und der Schülerrat der jeweiligen Schule, der wählt dann den Kreisschülerrat? Genau, entsendet ein Mitglied zum Kreisschülerrat. Also ein Mitglied, wenn man bei unseren Schulen bleibt, in Salzhausen, wir haben ein, wir haben zwei, wir haben zwei Grundschulen, wir haben eine Oberschule, ein Gymnasium, jeder Schülervertreter entsendet einen Schülersprecher in den Kreisausschuss. Ein Vertreter. Kreisschülerrunde, ein Vertreter, also es sind vier Leute und aus diesen vier Leuten wählen dann den Kreisschülerrat. Nein, nein, die vier sind Mitglied im Kreisschülerrat. Ja, aber die sind Mitglied im Kreisschülerrat und wählen dann dich als Vorsitzende sozusagen. Genau, so wie die anderen Mitglieder aus den anderen Schulen im Landkreis Harburg zusammen. Das ist manchmal von außen, das ist immer arg kompliziert halt, das ist immer auch so schwierig, manchmal nachzuschauen halt. Wir haben, weil es immer auch wirklich sehr, wirklich sehr kompliziert manchmal ist, halt zu erklären, wie ist der Kreisschülerrat eigentlich aufgebaut und alles. Aber man kann eigentlich so sagen, wir sind ein zweijähriges Gremium, alle Schulen entsenden uns einem Vertreter, Vertreterin aus den Schulen halt und aus dem Kreisschülerrat wird dann der Vorsitzende sowie die Stellvertretung gewählt und dann auch zu den Ausschüssen halt, weil wir in den Ausschüssen nicht nur ein Mitglied haben, sondern auch schon zwei Mitglieder. Einmal für die Berufsbildenschulen und einmal für die Allgemeinbildenschulen. Also Allgemeinbildenschulen, Oberschule, Gymnasium, IGS. Ja, das war es eigentlich so. Das sind ja so die großen Schulformen, die wir ja haben. Deswegen halt. Grundschulen gehen nicht in Ausschüssen halt, weil wir auch die Trägerschaft nicht haben. Und also jetzt hier zu der Frage von Herrn Scheuer, wobei eigentlich muss man sagen, er müsste es ja besser wissen. Nein, nein, Herr Scheuer ist ja für Verkehr. Ja, aber er sitzt direkt an der Quelle und er könnte mal, er hätte ja den direkten Draht. Ja, aber das zum Beispiel bei Luftfiltern dann ist zum Beispiel auch das und ein Ding verfehlen. Der Bund hat ja Geld zur Verfügung gestellt, der Land hat ja auch Geld zur Verfügung gestellt, aber die Entscheidung trifft der Ausschuss zum Beispiel. Okay. Deswegen halt. Und da ist es zum Beispiel auch so, das kann man auch nachlesen halt im Ausschuss halt vom letzten, von letzter Woche, letzte Woche war auch wieder Ausschuss, das kann man auch nachlesen. Auch im BA stand da das auch. Deswegen hier ist nichts geheim, dass zum Beispiel auch wirklich da nur acht Luftfilteranlagen an Schulen gehen, wo die Trägerschaft im Landkreis Harburg hat. Deswegen halt. Weil viele denken auch von wegen, ja wir haben eine Luftfilteranlage in unserer Klasse, heißt von wegen gleichzeitig, wir müssen unsere Klasse nicht lüften. Das ersetzt das aber zum Beispiel gar nicht auch. Okay. Deswegen halt, weil ich, zum Beispiel bei dir, habt ihr zum Beispiel im Jugendzentrum auch mobile Luftfilteranlagen? Haben wir nicht. Wir haben die besondere Situation, dass wir ein zweites Jugendzentrum zur Verfügung gestellt gekriegt haben von unserer Samtgemeinde, ein Winterquartier sozusagen. Ach so. Ja, unser Jugendzentrum ist zu klein, unser Jugendzentrum kann man nicht lüften, weil wir im Rathauskeller sind. Das hat unfassbar viele Vorteile, aber in der Corona-Situation einfach nur Nachteile. Ja, im Sommer ist es bestimmt schön kühl dort. Mega kühl, im Sommer, im Winter schön warm. Ja. Und es ist halt im Ortszentrum und mega geil, aber während der Corona-Situation ist es, wenn du es nicht lüften kannst, geht es halt einfach nicht. Deswegen sind wir übergangsweise in einem anderen Ort in Sazhausen, wir sind im Schützenhaus, in einer alten Wohnung über dem Schützenhaus, wo man kreuzlüften kann und viel, viel mehr Platz hat. Ja, deswegen. Deswegen brauchen wir uns nicht um Luftfilteranlagen zu kümmern, sondern wir lüften dauerhaft und konsequent und können damit einfach ganz viel ausschließen. Ja, ja, das ist, wie gesagt, viele denken ja wirklich von wegen, wenn man Luftfilteranlagen hat, dass man halt nicht mal lüften muss. Aber das Lüften in der aktuellen Rechtslage vom Kultusministerium Niedersachsen halt, kurz MK halt, sagt von wegen, wenn auch die, egal was da drin ist, es muss immer gelüftet werden halt. Aber was finanziert worden ist, was in allen Klassen reinkommt, ist zum Beispiel die CO2-Ampel. Okay. Deswegen, das haben wir auch in meiner Klasse zum Beispiel auch und finde ich, ja, es ist, man möchte immer was anderes haben. CO2-Ampel, magst du das einmal kurz erklären? Das ist, glaube ich, wenn der CO2-Gehalt in einem Raum eine bestimmte Marke übersteigt, dann fängt es an zu piepen. Genau, fängt an zu piepen, leuchtet oder irgendwas anderes, halt, gibt es ja unterschiedliche Modelle halt und da muss man halt auch lüften halt, auch neben halt, neben natürlich die normalen Lüftungszeiten von 5-20 Minuten, also 20 Minuten nichts, beim Fenster zu und 5 Minuten Entstoß lüften halt und wenn halt zwischen den Minuten halt auch den Alarm ertönt oder es ausschlägt halt, dann muss man es auch öffnen halt. Ist die Frage damit beantwortet, Herr Scheuer? Naja, da steht ja vorwiegend, wann die kommen halt. Das ist auch wieder die nächste Situation halt, weil man sagt vorwiegend, jetzt muss man erstmal nachschauen, die Schulen haben wiedergegeben halt vorwiegend, ja, wir wollen gerne die, wir wollen gerne Schul-Luftfilteranlagen haben. Das sind halt auch nur 8-10, ich glaube 8-12 sogar Luftfilteranlagen und da muss man erstmal nachschauen, ob die Kriterien ja auch erfüllt sind. Deswegen, man muss auch Kriterien dafür erfüllt haben und dann wird auch erstmal ausgeschrieben und alles und das, man kennt es halt. Ja, weißt du, welche Sachen, welche Kriterien da erfüllt werden müssen? Kannst du das sagen? Würde mich einfach persönlich interessieren. Ich glaube zumindest, weil man muss immer dazu denken vorwiegend, die Kriterien sind erstmal auch fachdeutsch, da muss ich schon mal fünfmal lesen und die sind ultralang. Deswegen, aber unter anderem war es auch so vorwiegend, dass die in Räume reinkommen, wo es nicht gelüftet werden kann. Also zum Beispiel in Konferenzräumen, die in der Schule drin ist, deswegen halt, dass man sagen kann, okay, wir packen das da rein halt und dass man einfach von so einem Kompromiss reinkommen kann. Also du hast so ein bisschen die Aufgaben schon angesprochen, aber kannst du das vielleicht nochmal konkret zusammenfassen, welche Aufgaben der Schülerrat überhaupt hat, wenn du vielleicht nicht nur von oben guckst, dass es praktisch die Vertretung im Kreisausschuss ist, sondern welche kleineren Aufgaben habt ihr noch? Also wenn ich praktisch Schüler bin in einer Schule im Landkreis Saarburg, kann ich mich an euch wenden, wenn ich ein Problem habe? Natürlich, wir sind immer, wir haben immer ein offenes Ohr für jede Person. Es muss auch eine Schüler oder Schülerin sein. Es kann auch wirklich Lehrkraft sein, Eltern, Erziehungsberichtigte oder eine interessierte Person. Wir freuen uns immer, immer auf jede Person, die uns anschreibt halt. Deswegen, wir versuchen dann immer auch mit den Schulleitungen zu reden, wenn irgendwie Probleme gibt. Wir versuchen auch immer Konfliktlösungen zu machen, was bei uns auch immer sehr stark immer auch ist, was wir dieses Jahr auch immer auch durchführen, auch letztes Jahr haben wir schon auch damit bekommen, ist halt auch die Vernetzung zwischen den Schulen halt, zwischen der SV und halt. Und wir machen auch kleine Aufgaben, wie gesagt, auch zum Beispiel über Meetings mit den SVen zusammen. Und dann reden wir auch wirklich manchmal über Themen im Landkreis, was uns auch bewegt. Oder wir fangen auch da immer Stimmung ein. Wie ist die Lage bei euch und so weiter und so fort halt, weil du kriegst das ja auch immer auch sehr hautnah bei dir mit halt. Du triffst ja immer täglich halt. Bei mir ist das ja, bei mir ist das ja ultra weit. Bei mir kommt das ja von Tespit bis ja nach Neuwurmsdorf und alles tollsteht. Und das ist auch manchmal arg kompliziert, immer die Leute ranzuholen halt. Aber das Tollste ist, was auch gut ist halt, die Digitalisierung halt zum Beispiel wie Zoom oder Co. ist ja jetzt durch Corona leider fortgestritten halt sehr stark. Und da haben wir auch sehr gut auch die Leute reingeholt und so halt. Du hast halt zum Glück so einen richtig geilen Persönlichkontakt. Und wir müssen leider mal immer digital rauflegen. Und wir hoffen natürlich, dass es jetzt die Inzidenz oder zumindest die Richtlinien jetzt auch erlauben, dass wir uns auch zum Beispiel mal persönlich treffen halt und alles, um auch wirklich da die Stimmung reinzuholen und die sagen von wegen, ja, ich habe hier ein Problem oder hey, ich habe zum Beispiel hier eine Idee wegen Schulbusse halt, weil Schultransport ist ja auch bei uns ein großes Ding. Oder ich habe noch andere Ideen und so weiter und so fort. Wir machen Veranstaltungen, wir machen so vieles. Hat man dadurch, also hast du Vorteile durch, jetzt bin ich hier so ein bisschen weg gewesen vom Mikro, hast du Vorteile durch deine Tätigkeit im Kreisschülerrat? Definiere, wie man so Vorteile. Naja, wahrscheinlich wäre es eine gute Geschichte, die man zum Beispiel in eine Bewerbung reinschreiben kann. Ich bin Vorsitzender des Kreisschülerrats. Das heißt ja, du übernimmst viel Verantwortung, du hast ein gutes Organisationstalent, du kannst gut vor Leuten sprechen. Da sind ja schon drei, vier, fünf Sachen dabei, die man impliziert, wenn man so ein Amt innehat, dass man sagt, okay, da. Ja, das kann man auf jeden Fall halt auch nach Wunsch halt, wenn man auch bei uns Mitglied ist. Zum Beispiel schreiben wir auch gerne eine Bestätigung aus, auf jeden Fall, dass man auch da Mitglied ist. Das sollte man auch generell, finde ich, eigentlich auch tun, wenn man auch Klassensprecher, Klassensprecherin ist oder in verschiedenen Ämtern hat. Bei mir war es manchmal auch schon so, dass bei, man kennt es ja, die normale Schulzeugnis und ein sonstiges Mitglied und die mussten das schon zusammenhalten und weil ich schon so viele Bemerkungen dran hatte, weil ich auch schon früher auch immer sehr aktiv in meiner Schule war. Wollte ich gerade fragen, du warst bestimmt auch Klassensprecher schon vor, also du musst ja jetzt in der BBS-Klassensprecher sein, um Kreisschülerrat zu werden. Ja, ja. Aber du warst bestimmt auch schon Klassensprecher in deiner weiterführenden Schule, oder? Ja, ja, ich war Klassensprecher an der Oberschule in Winsen, halt die Ilmar Barg, und da war ich auch Schülersprecher und da war ich auch schon da im Schulausschuss für Schul- und Kindergartenschätten der Stadt Winsen. Deswegen, aber man sollte immer generell, wenn man ein Ehrenamt ausführt, sollte man eigentlich immer generell das aufführen, weil das ist wirklich ein Augenschein halt und wie du schon gesagt hast, das zeigt ja auch schon Teamfähigkeit aus. Ja. Kennst du alle Schulen im Landkreis? Warst du schon mal in allen Schulen? Nein, wir haben ungefähr knapp 81 Schulen hier im Landkreis. Okay. Und das ist schwierig halt. Auch natürlich wegen Corona. Corona kam auch dazu. Aber ich würde gerne wirklich, mega gerne wirklich die Schulen besuchen. Ich war ja auch zum Beispiel, auch hier in Hitfeld war ich ja auch schon bei beiden Schulen, bei der Öffnung, und ich freue mich immer, neue Schulen zu sehen und so. Aber ich freue mich eher nicht, die Schulen zu sehen, sondern eher die Leute, die da sind. Halt deswegen immer Kommunikation, immer die Meinung da raustun und darüber freue ich mich immer sehr toll. Deswegen, ich glaube, bei dir ist das ja auch von wem, wenn du auch in ein anderen Jugendzentrum hingehst halt, fragst du dich, ich glaube, am meisten über die Leute, die da drin sind und die Meinung auszutauschen. Ja, klar. Deswegen. Also beides, ne? Jo, jo, jo. Räumlichkeiten auch interessant. Ja, natürlich, weil man denkt so vorwiegend, Alter, das möchte ich haben, guck mal weg, ich klau es mir nicht mal. Ja, genau. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Schulen generell? Oder, nee, warte, stopp, 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 ich habe noch eine andere Frage vorher. Von den Schulen, die du kennst. Ja? Hier hört ja keiner zu. Hast du da eine Lieblingsschule? Nein. Es ist, ich habe keine Lieblingsschule halt, jetzt würde meine BBS jetzt wirklich schmerzen halt, dass ich das immer sage. Das Ding ist halt, man kann die Schulen auch nicht vergleichen halt. Es gibt keine beste Schule, es gibt auch keine schlimme Schule. Jede Schule hat positive Sachen, welche Schule haben negative Sachen halt. Und da kann man keine Schule sagen, du bist die beste Schule hier im Landkreis Harburg. Das geht das auch einfach nur nicht so her, weil jede Schule einfach immer etwas Besonderes ist. Ich finde ja die Oberschule in der Zaun ist die beste Schule. Ja, ach, jetzt weint bestimmt das Gymnasium daneben an. Das ist auch sehr gut. Ja, jetzt kommt das hinterher. Und die beiden Grundschulen sind auch mega gut. Also muss man aber, ist jetzt also kein Geflexe. Finde ich wirklich. Also ich kenne natürlich dann wenig andere Schulen, natürlich. Aber die Oberschule ist wirklich eine mega gute Schule. Schönen Feierabend. Entschuldigung. Also die Oberschule ist wirklich eine ziemlich gute Schule. Jede Schule ist ja das. Ja, genau. Aber wenn man immer guckt, wir als Protagonist in einem anderen Gewerk, die auch von außen kommen und mit der Schule dann zusammenzuarbeiten, sind sowohl bei uns die, also mit der Oberschule haben wir einfach, weil es noch organischer gewachsen ist, noch viel mehr Kontakte. Ja. Über verschiedene AGs, die wir an der Schule anbieten, finde ich wirklich, ist eine Schule, auf die wäre ich als Jugendlicher gerne gegangen. Weil es ja einfach eine total, du merkst, dass es eine total nette Atmosphäre ist, ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen alle miteinander sehr gut sind. Und beim Gymnasium ist es auch tatsächlich so. Also du merkst ja in der Schule, wenn du in die Schule reinkommst, merkst du ja oftmals, wie die Stimmung ist. Ja, den Vibe kriegt man ja auch mit. Den Vibe kriegst du mit. Und der ist tatsächlich an der Oberschule mega cool. Ohne, dass ich sie zu sehr pushen will, aber die sind halt einfach echt mega. Heshek-Scheich-Färbung. Ja, aber ist halt auch unsere Hut. Können wir halt auch machen. Und das Gymnasium ist auch cool und unsere beiden Grundschulen auch sind mega gut. Wir sind ja regelmäßig in verschiedenen, wir kommen gleich nochmal auf die Webcoaches, wir kommen gleich nochmal auf verschiedene andere Projekte, regelmäßig da und die Vibes merkst du auf alle Fälle. Und ja, ich liebe unsere Oberschule. Genau. Genau. Du hast nämlich gesagt, Zusammenarbeit mit Schulen und gerade mit Lehrerinnen, wie findet die statt? Also ihr seid ja in erster Linie ein Gremium für die Schüler und Schülerinnen. Ja. Und wie ist die Arbeit, kannst du das vielleicht einmal noch kurz skizzieren, wie die Arbeit mit den Lehrern zum Beispiel aussieht? Gibt es da vielleicht Fortbildungen, die ihr für Lehrer macht? Ja, es kommt darauf an. Die Lehrkräfte sind ja eigentlich nicht unser Bereich. Trotzdem versuchen wir als Schüler eher natürlich die SV-Berater, Beraterinnen, die in aller Schule existieren. Oder halt, weil nicht dann irgendwie eine zuständige Person, Schulsozialarbeiter, Mitarbeiterinnen. Als Beispiel, wir haben, wir Fragen haben zum Beispiel dieses Jahr auch abgefragt halt, an den Schulen. Und wenn auch, wenn die Lehrkräfte auch Fragen haben, von wegen, ich weiß nicht, was der Kaischülerrat ist, die fragen mich, was ist das? Wir stehen auch immer gerne da zur Verfügung und alles. Und wir haben die E-Mail-Adressen von allen Schulen halt, natürlich, die sind ja auch öffentlich und so. und wenn irgendwas ist, kontaktieren wir auch immer. Wir suchen immer den Dialog halt und wir versuchen immer miteinander zu sprechen, statt übereinander. Aber, ja, also auf jeden Fall, finde ich gut. Aber als Idee, ihr bietet eine Fortbildung für LehrerInnen an, so ein Thema. SV zum Beispiel. Ja, nochmal cooler, denken wir nochmal cooler. Es ist Schule, was soll man zur Schule cool sagen? Aber dann musst du, also du bist ja, Digga, du musst Schule cool machen, so. Aber, also ich glaube, manchmal Lehrer, manchen haben wenig, haben wenig Ideen vielleicht zum Thema Jugendkulturen. Ja, natürlich. Man kann da zum Beispiel auch wirklich sagen, vor wegen, ja, Ideenfindung, was, wie reizt sich eigentlich die Jugendlichen, die SchülerInnen und Schüler in der Schule an, um wirklich so ein Ideensporn zu machen? Wie mache ich das und alles? Welche Struktur gibt das? halt auch so. Und da versucht man auch natürlich auch wirklich, wenn man in die Richtung geht, auch zum Beispiel auch wirklich Leute vom Fach zu holen halt. Wenn man sieht, vor allem, okay, es geht zum Thema Mobbing halt, dass man sagt, okay, ich hole Leute wirklich, die zum Thema Mobbing irgendwas sagen können. Zum Beispiel Cybermobbing halt zum Beispiel. Ich weiß auch wirklich jemand vom Cyber, die Leute, die auch sich damit auskennen halt. Ja. Und wirklich auch wirklich Fachpersonen reinzuholen und wirklich auch die Sachen wirklich total interessant thematisieren. Ja. Cybermobbing und Medienkompetenz kommen wir gleich nochmal zu. Es ist gut, dass du es ansprichst. Nee, aber manchmal denke ich mir, wir sind nah dran an Jugendlichen. Wir kriegen mit, welche Kulturen es gibt, welche Jugendkulturen es gibt, welche, wo gerade der Drip ist. das wissen Lehrer nicht unbedingt. Nicht auf den ersten Blick. Vielleicht wäre es ja so eine Idee, dass hier am Anfang, also am Ende der Sommerferien, den Jugend, den Lehrern einen kleinen Einblick gibt, das ist gerade cool, das ist nicht cool. Wir versuchen halt natürlich halt, natürlich auch das zu machen, was auch wirklich eine richtig geile Idee ist. Wir sollten aber auch, wir müssen aber auch sagen, weil jede Schule auch unterschiedliche Standpunkte hat, so vom Weg, weil man kann halt Winsen halt auch nicht mit Egelstorf vergleichen oder mit Salzhausen halt, was natürlich ein wirklich Ländler ist halt und das gibt es auch schon andere. Vorsicht, 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 Vorsicht. Salzhausen ist Trip City ganz oben. Ja, Trip City, ja. Ja, ja, weil die auch andere Bedürfnisse haben und alles was. Natürlich. Also klar. Und da sagen wir vor vielen Jahren kein Problem halt. Wir versuchen sonst wirklich, eine Konferenz, eine Gruppe zusammenzustellen, halt aus der, aus der Kommune halt. Ja. Und dann kann man sagen, ihr habt da die Möglichkeit, sonst wirklich mal eure Meinung, was sagt und so weiter und so fort, mal auszutauschen und alles. Wir haben ja, wie ich schon angesprochen habe, wir haben in vier Kommunen ab dieses neuen Schuljahr einen kommunalen Schülerrat. Wir haben zum Beispiel in Winsen und Buchholz kriegen wir jetzt den Stadtschülerrat zum Beispiel und in Seevetal und in Samtgemeinde Tosteck kriegen wir zum Beispiel einen Gemeindeschülerrat oder einen Samtgemeindeschülerrat. Ja. Deswegen, und da ist es auch so vorwiegend, da sind auch alle Schulen im Gebiet dort drinne und da weiß man auch so vorwiegend, was sagt denn zum Beispiel der Stadtschülerrat Winsen dazu, wie sehen die Interessen dazu eigentlich aus und das ist wirklich auch immer sehr interessant halt, weil die SchülerInnenvertretung ist halt eine sehr große und wichtige Institution halt. Ja. Deswegen, weil wir vertreten wie gesagt 40.000 Schülerinnen und Schüler halt, das ist ja nicht ohne, muss ich ja zu sagen halt, wo ich wirklich denke, vorwiegend, wenn ich im Bild liege, so vorwiegend, du fährst so zur Schule oder zur Arbeit halt und siehst vorwiegend, den vertretst du, den vertretst du und das ist immer auch manchmal arg, kompliziert halt auch zum Beispiel die Meinung wirklich zu holen. Ich glaube, bei dir ist es manchmal auch so vorwiegend, weil jeder Jugendliche, der bei dir ja auch zu dir kommt, sagt auch immer was anderes halt. Ja klar. Deswegen halt und wenn natürlich die Gemeinde zu dir kommt, ja was sagt die Jugendliche, ist es auch zuerst mal so, okay, was sagt die nochmal? Und das ist ja bei uns auch nochmal der Fall halt. Das ist immer wichtig halt, wenn zum Beispiel jetzt nochmal ein Kommunalenschülerrat zu existieren hat, kriegen wir die Informationen einfach einfacher und schneller, weil die Leute da, die da sind, einfach schnell vernetzt sind, weil dir das Gebiet natürlich nicht so groß ist. So, hier ist eine Frage, die im Chat reingekommen ist, ich lese die mal vor. Geh, geh. Wenn es kein Schülerrat mehr ist, in dem du dich engagieren kannst, weil ja auch deine Schulzeit mal vorbei ist, würdest du dich dann politisch weiter, würdest du dann politisch weiterarbeiten wollen, nachdem du ja nun einen Einblick hast, was das heißt? Ich genieße, ich schreibe jetzt gleich nur Sechsen und so und ich bleibe für immer und ewig. Ich ziehe einfach unten im Keller ein, ganz einfach, ich ziehe unten im Keller ein von der BWS-Benz, ich bin der Schultroll da irgendwann. Nein, natürlich nicht. Natürlich, wenn meine Schulzeit zu Ende geht, ich glaube, würde ich erst mal, ich glaube, ich würde es auch erst mal nicht realisieren, erst mal zur Schule zu gehen. Man sagt eigentlich so vorwiegend, wo man ja in der 19. Klasse war, ich glaube, bei dir war es auch so vorwiegend, geil, ich gehe von der Schule weg, geil. Aber wenn man so wirklich nachher weg ist und auch in der Ausseite sagt man so vorwiegend, geil, Klassenfahrt und so, was man auch so mega toll war. Aber ich werde immer noch in den politischen Gremien auch drin sein halt. Ich werde auch immer noch, sofern der Kreis Schülert das haben möchte, der danach kommt halt, werde ich auch immer gerne zur Verfügung stehen bei Fragen oder irgendwas anderes. Das sind auch, wenn die SV bei mir auch Fragen hat, kann man immer, auch nach der Schulzeit, immer zu mir kommen halt. Und ich habe genug Ideen, noch viele Projekte im Kopf halt. Ich sage immer so zu den Leuten, man wird mich nicht los. Okay, also, ich hoffe, die ist dann beantwortet, die Frage. Werden wir nicht los, den Typen. Aber ist auch gut so. Ist ja auch gut so. Leute, die sich einmischen und engagieren, das ist ja das, was wir brauchen. Ja, das ist auch wichtig halt von wem, weil viele sagen so, von wem, ja, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht engagieren und so weiter und so fort. Es gibt es die Möglichkeit, es gibt es wirklich, wie gesagt, in den vier Gemeinden, bei den vier Kommunen auch wirklich, die vier Kommunen wirklich den kommunalen Schülerrat, da gibt es den Kreisschülerrat, da gibt es den Landesschülerrat. Wir haben auch zum Beispiel auch eine, ich sehe es, sag mal so, Regio SV, eine regionale Schülervertretung, das ist aus dem Regionalbezirk Lüneburg, der riecht halt von oben Cuxhaven nach Uelzen runter zum Beispiel, Uelzen, Teleköl auch zum Beispiel dazu halt, elf Landkreise halt und wir vernetzen uns zum Beispiel auch da untereinander auch mit. Wir haben gerade festgestellt, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben sozusagen. Ja, das stimmt. Genau, Onkel Katscher, ich weiß gar nicht, ob der jetzt zuguckt. Deswegen, aber ich habe wirklich den wirklich nur so, wo er rausgegangen ist beim LSR halt, bin ich reingegangen. Ja, also es ist ein Jugendlicher, der auch im Kreisschülerrat, im Landkreis Heidekreis war, den ich aus meinem Jugendzentrum aus Soltau kenne, der ja auch im Landesschülerrat war und wo ihr eine kleine gemeinsame Überschneidung hattet. Ja, aber nur wirklich so, das ist optimal so verwegen, er ist raus, ich bin reingegangen. Ja. Deswegen, aber auch das Interesse zum Landesschülerrat halt, auch ein bisschen Werbung für den Landesschülerrat zu machen, halt, das ist wirklich so verwegen, ich bin seit vier Jahren wirklich Stellvertretung im Landesschülerrat und ich bin auch immer noch, trotz ich nur Stellvertretung bin ich voll dabei halt und das zeigt auch verwegen, auch auf der Landesebene, da kann man auch richtig einfach, ganz entspannt auch mitarbeiten und alles, der Landesschülerrat ist zum Beispiel auf der Ideen Expo in Hannover, das ist eine Messe für MINT, also für, da geht der Mikrofon weg, die grüne Neuner, ja, alles gut. Da geht es natürlich für die MINT-Sachen halt, für Schülerinnen und Schüler, für komplett Niedersachsen, nicht nur Niedersachsen, sondern auch für Bundeswahl, wir hatten auch da Leute aus Holland, Holland, Belgien hatten wir zum Beispiel da auch und da hatten wir zum Beispiel auch einen Stand, wo ich auch selber dabei war, drei Tage, die drei Tage waren wirklich sehr toll, wirklich dort und wir haben auch und wir haben auch dadurch halt auch sehr viel Erfahrung gesammelt halt, weil wir auch mit den Schülerinnen und Schüler, die dort waren, auch viel gesprochen haben. Übrigens zum Thema, willst du dich dann weiter politisch engagieren? Birat Katscha ist gerade in den Stadtrat eingezogen in Solltau, ich glaube auf Listenplatz 1 und auf, auch mit den meisten Stimmen. Also, ja. Ich, ich bin schon Bürgermeister von allen. Okay. Aber inoffiziell, aber ich bin schon Landrat, aber kannst du nicht Herr Remper sagen, nicht Herr Remper sagen. Landrat Eggers. Ja, ja. Einfach, deswegen. Eine Frage, die hier, also ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet, 40 Minuten, zum Thema, was der Kühle Kreis Süderrat überhaupt ist. Ähm, ich glaube, das hat ja, das haben jetzt alle verstanden, welches. Ach, ich kann, ich kann noch eine Stunde weiter reden. Aber, eine Frage, die gekommen ist, weil es ja auch immer im Gesamtkontext Schule steht. Ja. Ähm, wie steht ihr als Kreis Süderrat? Also, zweigeteilte Frage. Einmal geht es um Schuluniformen. Ja, nein. Gleich. Und die zweite Frage, ähm, wir haben immer mal schon gehört, von verschiedenen Jugendlichen, auch aus verschiedenen Teilen des Landkreises, an einigen Schulen gibt es einen Dresscode. Im Sommer darf man nicht zu knappe Sachen tragen. Man darf vielleicht nicht bauchfrei rumlaufen. Es gibt eine, es wird, ja, vorgeschrieben nicht, aber es geht darum, es wird auch, ähm, geguckt, sind Rocklängen in Ordnung oder nicht in Ordnung. Ähm, da hätte ich gerne, also, da ist die Frage, einmal der Dresscode, ja oder nein, wie steht ihr dazu? Würdet ihr sowas unterstützen, wenn jemand sich dagegen auflehnen möchte und sagt, ich möchte aber tragen, was ich will, oder ich möchte, dass alle so rumlaufen? Ähm, kann man da euch, äh, kann man da von euch Support kriegen? Ähm, zum Thema Dresscode halt, kann man uns immer kontaktieren, wenn man denkt, vorwiegend, das läuft ja nicht irgendwie nach rechten Dingen ab, kann man uns immer kontaktieren, dann vorwiegend, ich bin Schüler, Schülerin XY von der Schule XY halt, ähm, meine Schule ist ein Dresscode halt, ist das denn erlaubt? Ja. Deswegen, und da schauen wir halt nach, dann fragen wir auch zum Beispiel die Landesschulbehörde, das ist auch das oberste Gremium halt, das ist so gesehen Big Boss, kann man dazu sagen, die Landesschulbehörde ist der Big Boss halt, was mit Schulen zu tun hat, ähm, und da fragen wir auch manchmal an, ist das eigentlich erlaubt? Von wegen, und wenn wir jetzt, ich kenne persönlich keinen, aber natürlich, das Gesetzbuch ist wirklich groß und lang halt, und wir kriegen auch immer manchmal Änderungen, neue, äh, so Kürzel manchmal noch dazu und alles, ähm, man muss, man kann uns gerne kontaktieren, deswegen, und sagen vorwiegend, ich bin auf der Schule XY, und dann schauen wir mal nach halt, deswegen. Okay. Hast du es im Kopf, ist das erlaubt, oder ist es nicht erlaubt? Ich kann es, ich kann es partout nicht sagen, halt, ich bin froh, wenn ich manchmal meine Gesetze auswendig kann halt, ähm, aber zum Thema, ähm, Schulkleidung halt, wie man sich anzieht, ähm, dazu fällt mir jetzt partout nichts ein. Also es gab ja auch mal vor ein paar Jahren die Diskussion, ähm, Jogginghose, ja oder nein? Ja, das ist mir auch schon, das ist mir, ja, deswegen, aber ich finde, ich persönlich finde Jogginghose jetzt nicht schlimm, deswegen halt, ähm, ich, man soll manchmal auch froh sein, dass man wirklich eine Hose manchmal anzieht, deswegen halt, deswegen halt, ähm, Aber okay, der kann man ja einfach mitnehmen als Ergebnis so, wenn, wenn es da Fragen gibt, seid ihr das Gremium auch, in das man sich wenden kann. Ja, ja, zum Beispiel auch wirklich rechtliche Fragen, ich frage mal nach, ist das eigentlich rechtens, was die Schule da macht, dann sagen wir, Frau Fing, danke für deine Information, wir schauen das erstmal intern nach, Frau Fing, dann plättern wir ein Schulgesetzbuch hin und her und dann fragen wir auch gleichzeitig die, wirklich die Landesschulbehörde, die Rechtsabteilung, ist das eigentlich erlaubt? Ja. Und wenn es wirklich sagt, nö, ist nicht erlaubt, dann kontaktieren wir auch die Schule und dann machen wir wirklich Wege. Und dann, also gibt ihr praktisch auch, dann streitet ihr euch auch mit der Schule und übernehmt das für den Schüler, den Streit? Wir streiten nicht, wirklich, Naja, aber ihr übernehmt praktisch die Position des Schülers und versucht das für den zu klären. Genau, wir versuchen wirklich die Situation zu klären und sagen vorwiegend, hey, das geht hier nicht mit rechten Dingen ab, halt vorwiegend, ändert das bitte unverzüglich. Deswegen, kein theoretisches nicht unverzüglich, sondern es ist dann nichtig, das nichtig ist halt vorwiegend, die Erlaubnis ist dann weg, halt vorwiegend. Aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen halt. Ja, nee, das ist ja auch, jetzt geht es ja wieder auf den Wind dazu, jetzt ist es wahrscheinlich, diesen Sommer war es sowieso kein Thema, weil es einfach die Hälfte des Sommers noch keiner in der Schule war und die andere Hälfte war es auch einfach schlechtes Wetter, aber in den beiden heißen Sommern haben wir das von verschiedenen Schulen einfach wirklich wahrgenommen und auch aus verschiedenen Schulen aus dem Landkreis. Ja, ich tue es hier mir gerne halt, man muss uns halt auch kontaktieren halt. Die Schülerinnen und Schüler können uns gerne kontaktieren halt. Wir versuchen immer jedes Mal an den Schülerinnen und Schüler ranzutreten halt, wie durch durchs Wochenblatt halt, dass wir manchmal da Artikel reinpacken. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Internetaufbau, wir sind auch immer in Ausschüssen, man kann auch, man kann uns auch wirklich einfach leicht googeln. Man gibt einfach Google ein, vorwiegend Kreisschülerrad Langers Harburg oder Kreisschülerrad Harburg oder KSR Harburg. Deswegen, uns gibt es halt vorwiegend, das Problem hat es auch vorwiegend, die Leute wissen noch nicht mal, dass so ein Gremium existiert, welche Dinge gibt dann nur die SV und höher gibt es das nicht. Aber das stimmt nicht. Und zum Thema Schuluniformen? Ich habe wirklich, ohne witzig, ich habe da auch schon mal, vor Jahren auch schon mal nachgedacht, meine persönliche Meinung halt dazu ist halt vorwiegend, dass es ein Jein ist. Es gibt es immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich vorwiegend, da gibt es halt, wir sehen auch, ich glaube bei dir ist es auch wirklich oft manchmal so, dass man halt von Schülerinnen und Schülern halt auch sehen vorwiegend, ich habe Naeke, ich habe Adidas, ich bin Bonn so halt. Und alles. Aber natürlich das Problem ist halt, wie sieht die Schuluniform aus eigentlich? Deswegen, wie sieht das eigentlich aus zum Beispiel, wir haben Jungs und Mädchen, wie sieht das eigentlich mit den Schülern, wie sieht das eigentlich aus? Sollen wirklich Frauen wirklich einen Rock tragen? Deswegen halt, und das Problem ist natürlich auch vorwiegend, möchte die Schule auch einen Sticker haben. Vorwiegend, vorwiegend, ich gehe auf die Schule OBS Salzhausen zum Beispiel. Deswegen halt, und da gibt es manchmal auch Komplikationen halt, weil nicht jede Schule ist auch wirklich, sollte man wirklich, naja, wir haben, wir sehen wirklich auch sehr oft halt vorwiegend, dass man, weil man sieht vorwiegend, er ist von der Schule XY, dass er auch da schon, sagt vorwiegend, oh, er ist auf die Schule dort, ich höre jetzt schon da und hier und nur Gerüchte und so. Was eigentlich, Pardu eigentlich immer nicht stimmt. Ja. Aber, da kann man auch sehen vorwiegend, dass manchmal, wenn man sieht vorwiegend, er ist von der Schule XY, die jetzt keinen guten Ruf hat, dass die da gegebenenfalls auch gemobbt wird und so. Und da ist es auch das Ding, wo man sagt vorwiegend, Schuluniform, nein halt. Aber das ist auch wieder so ein großes Thema, was man, nicht nach 30 Minuten, darüber reden kann, sondern das ist ein sehr großes, so wichtiges Thema. Ich habe eine Idee. Ja. Jeder Schüler im Landkreis Harburg bekommt ein Hoodie. Kreisschülerrat Harburg. Ja, da ist es nicht gelabelt für die jeweilige Schule, aber man kann es anziehen als Merch. Natürlich ein bisschen Gleichwärmung für uns. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Deswegen, ich kann auch einen Antrag stellen, ja, für die Schule in den VKs. 40.000 Robis kannst du bestellen. Wie gesagt, ich würde mich freuen halt. Aber, das ist, ähm, ein schwieriges Thema halt. Deswegen, wenn man noch sieht, in UK, in Großbritannien halt, Großbritannien in Nordirland, gibt es ja zum Beispiel ja sowas halt. Da ist das Haus auch manchmal, es gibt positive Fälle, es gibt negative Fälle. Und wir haben auch Schulen hier im, ähm, in Bundesrepublik, was ja auch, wenn es Internate sind, also wo Schülerinnen und Schüler auch dort übernachten, wo die Leute wirklich, das sind ja Privatschulen, da gibt es auch öfters manchmal, ähm, Schuluniform halt, weil die sagen vorhin, ja, wir wollen alle gleich, was auch per Duo auch wirklich gut ist, halt wirklich alle, ähm, so gestalten halt. Ich finde es immer, also, ja, ich weiß immer, was die Leute meinen, was dahinter steckt, hinter Schuluniformen. Ich finde es immer fragwürdig, weil ich habe meine eigene Meinung, ich habe meinen eigenen Style. Ja, deswegen. Ich hätte keine Schuluniform angezogen, hätte ich mich gewehrt gegen. Ja, weil Uniformen auch für mich immer was Militärisches haben. Ja. Kann ich mir, also es ist in meinem Gedankengang halt immer so, drinnen kann ich mich nicht von frei machen. Ich hätte mich dagegen gewehrt, ich hätte mich dessen verweigert. Ja, weil, und, da muss ich nochmal sagen, ein Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch richtig wichtig und gut finde, wenn du gerade in England guckst, laufen sie ja wirklich mit sehr, also, nichts gegen Röcke. Ja, aber, aber wir sind im 21. Jahrhundert und man muss nicht mehr irgendwie labeln, weiblich trägt das, männlich trägt das. Also, es müsste dann ja schon, und da ist ja England vielleicht, ich weiß, man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel in diesem Sommer, letzten Sommer war es ja so, vor dem Weg, das war ja ultra heiß, und da war es ja so, dass vor dem Weg, dass ein Junge ja auch seine Hose kürzer machen wollte halt, weil es so viel zu warm war, dann wurde er ja nach Hause geschickt und hat dann einen Frauenrock angezogen, weil das ist dann erlaubt. Das ist dann erlaubt, ja. Deswegen halt, aber das ist, und das wäre so irgendwie die Geschichte, so, wir sind im 21. Jahrhundert, man muss nicht mehr labeln zwischen männlich und weiblich, das ist alte BRD, und das ist altes Denken, und da ist, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es in England jetzt ist, wahrscheinlich gibt es da auch progressivere Strömungen, und das ist wahrscheinlich nicht mehr so, aber wenn du die Bilder siehst, und ich kenne es auch aus vielen Schulen aus Afrika, wo die britisch kolonialisiert sind, haben die auch, da laufen wirklich die Frauen oder die Mädchen oder die weiblichen Schülerinnen mit Röcken rum. Ja, aber das ist, und wirklich, da hast du vollkommen, ich verstehe die Geschichte dahinter, aber wir sind angekommen im 21. Jahrhundert, es ist vorbei. Ja, weil viele zeigen ja auch mit der Kleidung ja auch ein bisschen ihre Identität auch ein bisschen aus, mit ihr Style und so, was manchmal auch auf ein paar Schulen wirklich auch wirklich gut aussieht, weil die schwingen auch sich gut, die Haare auch wirklich toll, wo ich denke, manchmal so verwegen für Schule, machst du dich hübsch und alles, okay, aber das ist das Tollste, viele geben auch wirklich Mühe da rein, halt gut auszusehen und wirklich reinzumachen. Ich persönlich mag es gerne richtig schlicht und alles, ich brauche nur fünf Minuten zum Anziehen und so, okay, ich bin fertig und go und alles, aber wie gesagt, das bin ich persönlich halt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich sage, würde ich auch gegen meine innere Überzeugung, gegen Uniform, ein Hoodie wäre natürlich cool. Also die kannst du anziehen oder nicht und kannst dadurch aber trotzdem Zugehörigkeit zur Schau stellen oder nicht. Man kann es auch zum Beispiel bei Harry Potter sehen, Harry Potter gibt es ja auch hier die Schuluniform. Kenne ich nicht. Harry Potter kennst du nicht? Keine einzige Folge gesehen, kein einziges Buch gelesen. Schande. Ja, schon leid. Schande. Schande. Wir müssen beim Jutz in Salzhausmann Film machen mit allen Staffeln, mit allen Filmen von Harry Potter. Ich bin nicht so zaubermäßig drauf, muss ich sagen. dann magst du es. Ja. Schuluniform. Irgendwas wollte ich noch zum Thema Schuluniform sagen. Hab ich vergessen. Nicht so schlimm. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Wir haben ja noch Zeit. Du hast Mobbing angesprochen. Ja. Und du hast es ja angesprochen in Form von, ihr könnt Fachleute in die Schule holen, die praktisch Angebote machen, Workshops anbieten und so weiter. Dann kann man sich auch generell an euch wählen. Also wenn man letztlich wahrscheinlich, vielleicht jetzt nochmal eine kleine Trigger-Warnung vorweg, wenn wir über Mobbing sprechen, wenn ihr Opfer oder wenn ihr beteiligt an einem Mobbing-Fall seid und es euch nicht gut geht, wenn ihr das hier hört, dann sucht ihr euch Hilfe und versucht mit jemandem zu sprechen. Im Zweifelsfall ist Lea im Jugendzentrum Ensa 1000. Die könnt ihr auf jeden Fall anrufen. Da weiß ich, dass sie da ist. Nicht schlecht. Ich glaube wirklich jedem Jugendzentrum, der in der Nähe ist. Ich glaube... Alle anderen Jugendzentren auch. Also nur, wenn wir jetzt über Mobbing anfangen zu sprechen und es geht jemandem nicht gut damit, dann ist das sozusagen jetzt die Trigger-Warnung vorweg. Was ich fragen wollte, wenn jemand in einem Mobbing-Fall involviert ist und Hilfe braucht, kriegt er die, muss ich da vorschicken. Wir geben auch Support. Also zu uns kann man natürlich auch kommen. Das passiert auch ganz, ganz oft und wir sind ganz, ganz oft auch damit involviert und versuchen Sachen zu regeln. Gilt das für euch auch? Wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier Jan Eggers gesehen im Twitch. Ich würde lieber zu Jan gehen als zu Andi oder Lea. Würde es die Möglichkeit da geben? Ja, man kann immer ein offenes Ohr zu uns haben. Wir würden aber auch dann, wir würden dann auch mit der Person sprechen, vorwiegend, ob wir dann auch das weitergehen dürfen. Vorwiegend halt, weil deswegen, weil dann würden wir auch wirklich in die nächste Instanz gehen, halt wirklich dann die Schul-Sozialarbeiter, Arbeiterinnen versuchen da anzusprechen. Wir würden wirklich die Jugendzentren irgendwie darüber informieren, halt auch einfach die Wege dann zu gehen, halt vorwiegend. Wenn man Mobbing irgendwie erlebt hat oder sieht oder hat aktuell, ist das immer das Wichtigste, aufzustehen und wirklich nicht irgend zu jemandem hinzugehen. Das ist auch nicht petzen, das ist auch nicht beschimpfen oder irgendwas anderes. Es ist der richtige Weg, zu den Leuten hinzugehen halt. Vorwiegend, weil ich kenne Fälle persönlich auch, auch Freundeskreis, auch schon ein paar Mal, auch schon viele extreme Fälle gesehen halt. Und das Wichtigste ist immer, wie gesagt, aufzustehen und wirklich zu Leuten hinzugehen, die man vertraut. Und sonst auch sonst, wenn man es einfach beim Jugendzentrum, ich kenne da, auch sonst die Polizei rufen. Wir haben wirklich, wir haben hier Frau Freienberg, ich glaube, sie nimmt das auch wirklich, ja, ich glaube, sie geht ja auch an Schulen und da kann man auch an ihr wenden. Und ich glaube, jede Meldung ist eine gute Meldung, weil man sieht von wegen, die Person steht auf. Und das ist das Gute daran halt. Es ist ein schlechtes Thema, aber es ist gut, dass die Leute aufstehen und das sagen halt. Ja. Also, perfekt zusammen. Mir fehlen die Worte, weil du hast alle gesagt. Aber genauso sieht es aus. Ja. Sucht euch Hilfe, sucht euch jemanden, sucht euch jemanden, dem ihr vertraut. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann sucht ihr euch, wenn ihr euch in einer der Zeit hat. Ich kann immer sagen, im Jugendzentrum findet man immer jemanden, der Zeit hat, weil wir sind immer da. Eben. Oder auch Lehrer, Schulsozialarbeiter, du hast Frau Freinberg angesprochen. Ja. Die Jugendsozialarbeit von der Resofabrik ist auch in jeder Gemeinde tätig. Also man findet und geht zum Trainer im Sportverein, geht zum Feuerwehrübungsleiter, geht zum Schützenverein. Alle wissen, zumindest kann ich es von Salzhausen sagen, weil wir sind auch mit denen allen vernetzt. Wenn jemand nicht mehr weiter weiß und weiß in der Praxis auch ganz, ganz viel passiert, dann holen die sich auch Hilfe und fragen, was man machen kann. Und als letzte Chance, die Polizei, also genau, Lydia Freinberg hat mir angesprochen, aber auch vor Ort sind die Protagonisten, jede Polizeidienststelle hat, einen Jugendbeamten, der da ist, an dem man sich sofort wenden kann, in männlich und weiblich. Also man findet auf jeden Fall Hilfe. Und genau. Ja, man auch, nicht nur in der Schule hat, zum Beispiel auch Privatheit, Familie. Weil das Thema ja einfach aber durch die Bank geht. Also wenn du in der Schule einen Mobbing-Fall hast, der hört ja im Privaten oftmals nicht auf. Nein. Und das Schlimmste ist, im Privaten fängt das manchmal auch extremer an halt. Ja. Weil das, das ist wirklich manchmal extrem, weil, ich als Schüler, als Vorsitzender, ist das wirklich, ich bin wirklich, ich freue mich wirklich um, wirklich über jede Stimme und wirklich, ich freue mich wirklich alles. Aber manchmal über so, wenn es über Mobbing geht und wenn ich so höre, was für ein Mobbing manchmal passiert an den Schulen, das ist schlimm. Das, da denke ich so von wegen, Leute, was ist falsch? Hast du da Zahlen? Also kannst du das irgendwie sagen, dass, also was an dich schon herangetragen wird? Das würde ich auch nicht thematisieren. Also hast du recht, ja. Nur einfach vom Gefühl, ja, weil, also ich kann schon sagen, dass man, dass es verstärkt, dass es immer mal wieder auftritt. Das Thema wird nicht kleiner, sondern es wird eher, also so meine ich es. Also natürlich sollst du nicht Einzelfälle reden, na klar. Sondern unsere Wahrnehmung ist genau so, es wird eher mehr als weniger und wir müssen da ständig am Ball bleiben, dass man keinen verliert. Ja, weil das Ding ist manchmal auch so vorwiegend, wenn man, wenn man denkt so vorwiegend, okay, ich habe das Problem gelöst, öffnen sich zwei neue Probleme wieder. und manchmal ist es ja auch jetzt so, wegen auch der Digitalisierung und alles, das ist auch wieder, dass der Form auch wieder, dass der Platz sich auch manchmal wieder verwendet, weil der anders gegangen ist halt. Und das ist halt auch wieder schlimm halt. Deswegen, weil wir versuchen auch zum Beispiel, auch gegen Mobbing auch vorzugehen halt. Wir haben, wir versuchen auch zum Beispiel durch, auch Workshop oder Kooperationen zwischen den Schulen halt, so große Schulen halt, so große Projekte mit den Schulen halt, auch zum Beispiel schon mal da, die ein bisschen gegenzuwirken halt. Wir haben, wir einfach auch wirklich gegenzuwirken halt, weil, wie gesagt auch schon, weil zwischen den Schulen gibt es auch wirklich Vorurteile und dann, du bist auf diese Schule und ich hasse dich und alles. Auch da manchmal gegenzuwirken, wenn man auch gehen, miteinander Projekte zu machen halt. Letztlich zum Beispiel die Salzhausen, sondern auch zum Beispiel Salzhausen Winsen, Winsen Buchholz und so weiter und so fort, auch gemeindeübergreifend zu machen halt. Weil ich kriege auch wirklich immer mit sofort, das ist ja die Schule. Ich glaube, es ist bei dir manchmal auch so, wenn du sagst, ja das Gymnasium, denke ich auch, oh ja das Gymnasium, das ist ja eh so. Gymnasium. Ja, überheblich sagt man ja immer dazu. Ja, aber also. Ja, aber das stimmt ja auch gar nicht. Ja, auf keinen Fall. Nein. Und es löst sich aber auch immer mehr auf. Das Kastendenken oder das, ja Jugendliche sind viel weiter, als das der Rest der Gesellschaft ist, in ganz vielen Bereichen. Und dass das Labeldenken zwischen verschiedenen Schuhen auch irgendwie altes BRD-Denken ist, das ist heutzutage bei wenigen Schülern noch so, dass das so gedacht wird. ist meine Wahrnehmung. Ja, das fällt mir auch auf, muss ich dazu sagen. Es ist aber, ja, es ist aber trotzdem manchmal immer noch Präsenz und alles, weil einfach, weil die auch manchmal auch nicht Projekte miteinander, nicht miteinander zu reden, weil die auch keinen Bezug dazu haben, weil wir sollten ja auch mit den anderen Schulen auch sprechen und alles. Also natürlich sagen die, das Gymnasium, okay, ja, es ist das Gymnasium halt, aber es ist, die kennen da manchmal so keinen oder die hören manchmal so irgendwas. Also gut, da muss man aber, seit Tausend muss man sagen, die teilen sich einen Schulhof. Ja, ja, das ist aber so. Also die kennen sich halt, natürlich kennen die sich. Naja, aber wir haben manchmal auch Schulen, die wirklich manchmal ein paar Kilometer auseinander sind halt. Buchholz zum Beispiel oder Winsen ist ja auch zum Beispiel, dass die Schulen nicht gleich nebeneinander sind, sondern auch getrennt sind. Und da ist es auch immer sehr viel. Ja, mir fällt übrigens gerade ein, weil wir eben gerade von Gymnasium und Oberschulen und EGS geredet haben. Du hast in der Anfangssequenz gesagt, auch Privatschulen seid ihr für zuständig. Gibt es im Landkreis Hamburg eigentlich Privatschulen? Ja, sogar viele, muss ich dazu sagen. Wir haben, ich lüge mal, vier Privatschulen. Okay, also ich springe jetzt ein bisschen im Thema, aber das hatte ich irgendwie eben aufgeschrieben. Nee, alles in Ordnung. Das ist auch gut. Wir haben noch eine Stunde. Ja, wir haben auch noch zwei Seiten mit Sachen, die aufgeschrieben sind. Ja, wir haben vier Privatschulen. Eine große Privatschule, das ist natürlich die in Buchholz. Ja. Das ist eine private EGS. Okay. Mit Grundschulbereich halt, die CSN, die christliche Nordheidschule, glaube ich, heißt die so. Okay. Die ist so gleich hinter Dibbersen gleich. Deswegen, wenn man, wenn man Richtung Möbelkrab fährt, kommt ja immer rechts irgendwie so ein dicker, fetter Wald und genau da drin ist die Schule. Die ist ja schön versteckt halt. Aber auch dann haben wir in Seevetal, glaube ich, auch eine private Grundschule. Dann haben wir in Kackensdorf auch noch eine Privatschule. Und auch da wieder in Torstädter, in Kackensdorf, da haben wir auch wieder eine Privatschule. Okay. Deswegen halt, aber wir haben, wir haben hier Privatschulen. Deswegen. Also war mir gar nicht so klar. Ja, das ist, das ist wirklich manchmal wirklich so. Man denkt so, ja, Privatschulen, das ist doch bestimmt hier Bonzo und hier Lüneburg oder Hamburg oder so. Aber man muss manchmal auch die Preise ansehen. Und ich finde, wenn die das Schulkonzept da toll finden und alles, dann ist es doch alles gut. Ja. ja. Ähm. Geht so ein bisschen einher, weil wir haben ja eben über Mobbing gesprochen und jetzt geht es um, du hast ja auch dann angesprochen, dass viel Mobbing im digitalen Rahmen stattfindet. Kennst du die Webcoaches eigentlich? Ähm, gehört ja. Aber wie gesagt, ich bin halt der Berufsmünsche und ich habe so kein Draht. Ja. Also, die Webcoaches sind ja praktisch, auch die kann man nämlich ansprechen, wenn man so eine Situation schon mal erlebt hat oder da nicht mehr weiß, wie man mit so einer Situation umgehen soll. Die Webcoaches sind ja ein, ähm, Konfliktscout-Team im digitalen Raum sozusagen. So könnte man es am besten beschreiben. Ja. Ja. Deswegen, ähm, das ist auch wirklich wichtig, finde ich. Und, ja. Ich hätte gedacht, gut, du könntest, ja. Ja, das heißt ja nicht, dass ich von denen was gehört habe, doch, ich habe was von denen gehört und, ähm, auch immer was über Digitalisierung, eigentlich finde ich immer alles, was in Schule, was zum Thema Digitalisierung ist, halt, immer wichtig. Genau, die Digi-Schildkröte. Ja, das ist, das ist immer wichtig halt. Ähm, und deswegen finde ich immer, sollte man immer eigentlich grundsätzlich unterstützen. In deiner Arbeit als Kreisschülerratsvorsitzender, hast du da schon mal berühmte Persönlichkeiten getroffen? Wer ist die berühmteste Person, die du getroffen hast in deiner Arbeit? Oh, meine, meine, äh, du hast ja eben angesprochen, dass du auf irgendeiner Messe schon mal warst, da laufen wir auch auf wichtige Sachen rum. Ja, natürlich, ich habe, äh, hier, Rivi ist mal vorbeigelauft, das fand ich schon mal so lustig. Wer? Rivi, Rewinside, das ist ein berühmter YouTuber. Okay, bei YouTubern bin ich raus. Das ist, das war wirklich so lustig halt, weil man hat so gesehen, vorwiegend, das kommt, das kommt er, und dann kommt so irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, wer denn nochmal das war, und alles habe ich nur so aus Augenwinkel gesehen, dann kommt erst mal ein bisschen die Presse, und dann kommt erst mal die Fanscharre, erst mal hinterher, man hat so gesehen, wie die Schlange rumgeht. Ja. Aber immer die höchstpersönlichsten Leute sind eigentlich für mich eigentlich immer Politiker oder Politikerinnen halt, und das sind eigentlich wirklich unsere Bundestagsabgeordneten, oder auch wirklich mal Datsträger halt, wirklich Bundestag, Europatag, Landtag schon mal getroffen, und auch Leute, die auch schon einen festen Amt haben, wirklich Minister, Ministerpräsident, Herr Weyer habe ich noch nicht getroffen, würde ich mich wirklich sehr freuen sogar, aber auch wirklich Leute, die einen Ministerposten haben, wir haben auch schon, wir haben auch wirklich schon mit Europa, hier Frau Honne schon mal, habe ich schon mal, habe ich schon mal versucht, mit ihr zu kontaktieren, habe ich auch schon sehr oft mit ihr schon mal geredet, muss ich dazu sagen, Frau Honne, die ist ja die Ministerin hier in Niedersachsen für Europa-Allee, Europa-Angelegenheiten, besser Europa-Bundes- und kommunale Angelegenheiten, ja, natürlich Angela Merkel habe ich auch schon, nenne ich mich persönlich so getroffen, kein Vierer, weil ich kein Zwei-Augen-Gespräch habe, aber trotzdem, ich habe sie schon mal gesehen und alles, aber ja, man kriegt wirklich viele Leute mit, wenn man wirklich bei Veranstaltungen ist, wo die Politiker da sind, sage ich auch vorweg, auch bei denen habe ich schon mal gesprochen, mit denen und hier und da und blub halt, und was auch wirklich gut halt ist, Connection miteinander zu haben. So, wer war der berühmteste? Ich kann es nicht aktuell, ich kann es nicht ad hoc sagen halt, Revi, ich muss, darf ich einmal Revi probieren zwischendurch? Ja, so kannst du es gerne tun halt, den habe ich auch nur von Weitem gesehen halt, weil die bekannteste Person ist natürlich dann die Angela Merkel halt, die war mal im Winsen halt und dann war ich dabei halt, oder halt der ehemalige Ministerpräsident David mit Ellis, da habe ich auch schon mal getroffen und so, der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU, CSU-Fraktion im Bundestag, habe ich ja auch, mit denen habe ich auch schon mal getroffen, wir haben, wir treffen uns bald mit den Wirtschaftsministern hier im Land Niedersachsen, der auch gleichzeitig ein stellvertretender Ministerpräsident des Landes Niedersachsen ist, auch mit Landtagsabgeordneten wie Herr Bock zum Beispiel, haben wir uns auch getroffen, manchmal auch nicht im Amt des Kreisschülerrates, sondern manchmal so nebenbei und so, lernen wir auch wirklich manchmal Leute kennen und so. Das ist Revi? Sag mal. Nein, 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 nein. Ich meine, egal, egal. Kann nicht, ja. Revi. Habe ich noch nie von gehört. Das war, das ist ein YouTuber halt, der war früher, ich glaube, der hat ja früher Let's Plays gemacht und jetzt mehr Vlogs. Er hat früher Let's Plays gemacht? Ja. Und jetzt macht er Vlogs. Ach so, Vlogs. Vlogs. Ich bin immer komplett raus bei YouTubern, muss ich sagen. Nicht so schlimm. Guckst du YouTube? Ja. Also guckst du YouTuber? Ja, ich guck immer so meine Timeline und was YouTube mir immer gerne vorschlägt, das gucke ich mir immer gerne an. Aktuell natürlich sehr politisch, halt wegen den Bundestagswahlen halt. Ich hoffe natürlich, dass du gewählt hast. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber natürlich manchmal so abends halt, wenn ich in den Bett fliege, halt schaue ich auch den Twitch an. Habe ich eine, die ich immer gerne anschaue oder auch zum Beispiel YouTube halt. Bei Twitch gibt es Jules Digi, die finde ich ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Die habe ich auch selber abonniert sogar. Deswegen, die haben ja vor kurzem so eine Nachricht geschrieben, von wegen, dass sie gerade online sind. Ja, genau. Ja, aber auch wirklich abends, wenn ich auch manchmal abschalten möchte halt, weil ich bin wirklich täglich immer mit der SPO-Arbeit, habe ich immer was zu tun und alles. Und dann bin ich wirklich im Bett und dann schaue ich einfach wirklich nur YouTube an. Und dann, bis ich einschlafe. Ist es wirklich so, dass du jeden Tag den zeitlichen Aufwand, also dass du jeden Tag was zu tun hast? Ja. Das kommt immer darauf an. Natürlich in den Ferien ist es nicht so stark halt, aber ja, täglich kann man dazu wirklich dazu sagen, dass ich täglich immer am Laptop sitze und wirklich die Arbeit für den KSR mache. Krass. Also ist ja schon fast eine Vollzeitstelle, muss man sagen, ne? Und ich meine, deine Ausbildung machst du auch noch nebenbei? Ja, wenn der Landkreis mir jetzt zuhört, wie gesagt, ich bin, meine Ausbildung war jetzt fast fertig halt. Wenn die wollen, dann als Vollzeitkraft für 40 Stunden bin ich gerne dabei. Also, geht an die entsprechenden Stellen, wir leiten den Link weiter. Wir sind bei Minute so, ja, 60, 69. 90, 70 halt sogar. Deswegen halt und ja, ich habe wirklich täglich immer damit zu tun, halt manchmal habe ich auch, okay, ich hatte zum Beispiel gestern keine Lust, halt auch wie eine Bundesbankwahl, habe ich mich auch dafür mehr auch nachgeschaut, aber sonst ja, ich schaue mir Meals an, beantworte die, mache Vorbereitung für Projekte, Workshops und so, auch wenn Leute mich sagen, hey, hast du Lust, beim Livestream dabei zu sein, muss ich mich ja auch vorher erstmal schauen, was, was, was sage ich, wie sage ich das und alles drum und dran, muss ich mich ja auch vorbereiten in Arbeits- und Workshops, muss ich mich auch vorbereiten, dann muss ich auch nachschauen, über was stimme ich mich eigentlich da ab und so, dann muss ich nachrecherchen und dann muss ich hier schauen und bla schauen, das Schlimmste ist, das wirklich das Schlimmste überhaupt, das ist wirklich das Fachdeutsch. Das glaube ich dir. Wirklich, da muss, da habe ich wirklich drei Tabs auf mit Duden, Google und dann nochmal das Dokument auf, wo ich dann wirklich so Sätze nachschlagen muss, was heißt das eigentlich und so und dann muss ich manchmal telefonieren und wirklich manchmal ein paar Leute nachfragen, halt, wir arbeiten zum Beispiel, wir als Kreisschilderrat arbeiten sehr stark mit dem Kreiselternrat zum Beispiel auch Zusammenhalt und da frage ich manchmal den auch so vorwiegend, was heißt das eigentlich vorwiegend und da wissen sie, manchmal ist es auch so, das wissen sie manchmal auch selber nicht, was wirklich manchmal so ein Fachdeutsch ist, was zum Kotzen ist. Deswegen und auch wirklich über neue Gesetze, Hygieneplan haben wir jetzt auch jetzt letzte Woche neu, Hygieneplan 8.0, da scrolle ich auch runter, schaue mir so Stichpunkte artig an, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt, über Schreiben vom Kultusministerium halt zu den Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften und Schulleitungen, die kriege ich ja auch alle, das ist auch so vorwiegend, dass ich das auch durchlese, manchmal mir Notizen mache, weil wenn natürlich Schülerinnen und Schüler fragen, so vorwiegend, was ist eigentlich gerade aktuell erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie sieht es jetzt aus mit Prüfungen, Test und Co., wegen Mund-und-Nasen-Schutz, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und so etc. pp. dass ich auch oft darauf frage, wenn die Fragen kommen, dass ich auch darauf antworten kann. Ja, also Respekt für so viel Engagement, also Wahnsinn. Ich habe noch ein Jahr, ich muss noch durchmachen. Genau, wir haben das Thema eben schon angeteasert von Herrn Scheuer mit den Lüftungsanlagen. Ja. Thema Lockdown und Homeschooling, da wart ihr ja bestimmt auch in einer bestimmten Art und Weise gefordert und musstet vielleicht auch, also ihr habt wahrscheinlich eure regelmäßigen Treffen auch online stattfinden lassen müssen. Wie hast du das empfunden, also wie hat dir das gefallen, das Zuhause lernen und war das alles nur problematisch oder gibt es auch Sachen, die dir gut gefallen haben daran? Also ich meine, wir haben ja ein Jahr praktisch jetzt hinter uns fast an Zuhause lernen, an verschiedenen Modellen, wie auch immer die gestrickt worden sind. Ja, ja, wir hatten ja das Modell A, B und C halt, natürlich kompletten Homeschooling, Teilklassen und Vollbesetzung halt. Am Anfang war es wirklich eine reine Katastrophe, kann man dazu wirklich sagen, das war wirklich ein Durcheinander halt, man hat, man sagt ja vorwiegend, wenn eine Pandemie ist, sieht man auch die großen Schwächen halt. Man hat es auch gesehen, vorwiegend, die Schulen waren überhaupt nicht vorbereitet. Viele benutzen ja auch zum Beispiel iSurf zum Beispiel, das war auch komplett überlastet und so. Die Lehrkräfte waren auch manchmal völlig überfordert. Wir haben auch Lehrkräfte gehabt, die wirklich Sachen auch nach Hause gebracht hat persönlich und alles hatten wir auch den Fall oder die haben es per Post geschickt. Es gab auch viele Situationen, dass die auch einfach angerufen haben und so. Das war wirklich manchmal, es gab gute Seiten, es gab auch schlechte Seiten. Weil gute Seiten waren zum Beispiel bei mir persönlich von wegen, ich persönlich fand das Homeschooling nicht schlimm, aber ich hatte, ich habe sogar meine Noten dadurch auch sogar verbessert. Okay. Aber ich hatte auch, aber es gibt auch die Hälfte, die sagen vorwiegend, nö. Deswegen halt bei mir war es da wirklich gut vorwiegend. Ich hatte drei Staffeln auf Netflix gut durchgeschaut und alles. Meine Lehrerin sollte es jetzt nicht anhören. Deswegen halt, dass ich wirklich drei Staffeln durchgeschaut habe, drei Staffeln, drei Serien Entschuldigung, drei Serien hatte ich durchgeschaut halt. Das war auch wirklich toll und alles. Aber weil ich auch wirklich gut klar kam halt, weil ich auch zum Thema Laptop und alles digital wirklich auch gut klar kam, aber wir hatten auch wirklich paar Fälle halt, die wirklich ein Zweier-Einser-Durchschnitt hatten und durch eine Homeschooling plötzlich auf einen Fünfer-Schnitt auch runtergegangen ist, weil die jetzt einfach manchmal, weil die auch nicht wissen halt vorwiegend, ja, wie gehe ich damit jetzt um und alles. Und wir hatten auch eine Umfrage gemacht sogar. Ja. Wir hatten eine langkreisübergreifende Umfrage gemacht an Schülerinnen und Schüler in den Regionalbezirk Lüdeburg, was ich auch schon erklärt habe, mit elf Langkreisen haben wir da gehabt. Wir hatten da vier Kreisschülerräte, die eine Abfrage da an die Schuhen gemacht haben. Und da haben wir auch gesehen halt so von wegen, dass viele Schülerinnen und Schüler auch wirklich gesagt haben, Homeschooling war eigentlich per se schlimm. Deswegen halt gab es Schwächen halt zum Thema Erreichbarkeit und Mediensachen rübergeben. Und das war nicht gut, aber unsere Rückmeldung war wirklich eigentlich, war gut und das ist auch wirklich so ein Nenner halt, man kann es auch da nicht niemandem recht machen. Aber was ist bei dir, wie war bei dir eigentlich die Rückmeldung? Entschuldigung übrigens, dass ich jetzt die ganze Zeit gehen zweimal hintereinander. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas erzählst. Ich merke es mir. Gestern waren Bundestagswahlen, ne? Ja, ja, das war das war. Bis spät in der Nacht Fernsehen geguckt. Ja, ich war bis um 0 Uhr auf und hab doch extra noch mal alles nachgeschaut. Um 2 Uhr war ich noch mal einfach und noch mal mein Handy nachgeschaut. Genau. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja. Einmal haben wir im zweiten Lockdown, also ab Januar, haben wir Lernräume zur Verfügung gestellt. Dass man praktisch im Jugendzentrum sein Homeschooling machen konnte. Weil wir haben Laptop, wir haben stabiles Internet, wir haben einen Drucker, wo man was ausdrucken kann und wir haben Räume, wo man in Ruhe sitzen kann, ohne dass man vielleicht abgelenkt wird durch Geschwister, andere Mitschüler oder sonst irgendwas. Das fand ich sehr gut. Da sind sehr viele Leute gekommen. Wir hatten mehr Anfragen als Plätze. Natürlich immer unter allen Hygienebedingungen, die es so zu erfüllen gab damals. Ich überlege gerade, ich erinnere mich gerade zurück dahin. Ja, das war gut, weil man da auch, muss ich sagen, haben wir viele Schüler erreicht, die sonst... Ich glaube, wir als Jugendzentrum haben dann eine besondere Situation spielen können, weil wir Jugendliche erreicht haben, die Schule vielleicht nicht mehr erreichen konnte. Die aber bei uns ihre Hausaufgaben gemacht haben und die Eltern vielleicht auch nicht erreichen konnten. Das war gut. Ja, war... Ich fand sehr gut, ohne dass ich die Oberschule zu sehr flexen will. Die haben teilweise Online-Unterricht gemacht auf YouTube, dass du es dir immer wieder abrufen konntest. Das, finde ich, müsste eigentlich gängiger Standard sein, dass du praktisch den ganzen Unterrichtsstoff, den du sowieso hast, im Zweifelsfall dir auch auf YouTube nachgucken kannst. Das wäre mega geil. Ja. Ja, was mehrere manchmal so aufgefallen ist halt, was manchmal so typisch deutsch ist, muss man dazu sagen, man kriegt eine PDF-Datei, man drückt die aus, dann füllt man die aus, dann scannt man die ein und schickt das wieder weg. Wo es wirklich doppelt gemoppelt ist. Ich konnte, wie gesagt, ich wusste halt, ich habe eine Streaming-Shot gemacht, habe es mir alles am PC gemacht und so. Aber welche haben auch gesagt, vor allem, ich habe manchmal so Schwierigkeiten, Sachen wegzuschicken. Und manchmal ein paar Sachen zu bekommen halt. Und auch zum Thema Fragen halt vorwiegend, ich habe Fragen halt. Und man hat dann so eine Liste bekommen, die Lehrkraft ist von X bis Y erreichbar. Und dann ist es manchmal auch so gekommen, wo ich zum Beispiel lachen musste halt vorwiegend, da hat man auch eine komplette Klasse, so eine Anrufliste bekommen, so bis, dass zum Beispiel eine Lehrkraft von X bis Y erreichbar ist. Das ist manchmal so, dass die Lehrkraft nur 10 Minuten erreichbar ist. Für eine komplette Klasse, so 30 Schülerinnen und Schüler halt. Und da sieht man halt so vorwiegend manchmal, dass es manchmal schlimm ist halt so vorwiegend, weil wenn plötzlich zwei Schülerinnen und Schüler eine lange Frage haben, hat nur eine die Chance dazu, weil die andere hat dann gesagt, toll, Zeit ist vorbei. Und setzt jetzt für sich darauf, ich habe keine Ahnung halt davon. Und das ist manchmal das Problem halt. Und natürlich YouTube ist toll, aber das Problem ist halt wieder die tolle DSGVO, die Datenschutzverordnung halt. Da muss man auch wieder abstimmen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und so. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die es da gehandelt haben. Ich glaube, es war nur über iServe und jeweils nur die Klasse konnte das gucken. Ja, wie gesagt, ich kann es... Also, genau. Und ich habe auch einige gesehen, also einige Online-Unterrichtsstunden, die praktisch übers Laptop gelaufen sind, über den BigBlueButton, die fand ich auch gut. Ja, BigBlueButton ist ja von der Business, es macht ja eine Kooperation mit iServe zum Beispiel. Wenn man ja Videokonferenzen macht, das ist ja von BigBlueButton halt, kann man ja auch zum Beispiel über Zenfcall ja auch machen. Oder halt auch nochmal über BBB, das heißt ja abgekürzt, BBB. Und da muss ich sagen, hatten einige, wo ich denn zugeguckt habe bei einigen Lehrern und Lehrerinnen, das war ein guter Unterricht. Also da konnte man alles mitnehmen, was es so geben konnte. Das war okay. Ich muss wirklich zum Thema Corona halt meine Klassenlehrerin wirklich sehr loben dazu. Sie kam bei uns, das war vor Weihnachten halt, sie kam vor Weihnachten bei uns wirklich in Betrieben rein und hat wirklich Sachen abgegeben halt. Sie hat wirklich, sie ist quer durch den Landkreis geguckt dafür. Und sie ist dann auch, hat dann auch mal, wenn wir Schuleunterricht hatten, hat sie ein Whiteboard gehabt. Und der Whiteboard hat sie immer sehr schön gemacht. Sie hat immer so eine Pflanze draufgemalt und eine Guten Morgen und so. Und immer die Klasse draufstand, den kleinen Namen immer draufstand halt. Und das fand ich immer toll halt, bei ihr halt auch immer Unterricht zu machen. Und ich habe es auch immer gesehen halt, wir haben wirklich Lehrkräfte gehabt, die wirklich gut damit umgehen konnten halt. Wir hatten aber auch Lehrkräfte gesehen, die wirklich hilflos überfordert waren halt. Und gesagt haben, das nutze ich nicht. Haben auch, wie auf welche auch abgelehnt, hat es einfach, wenn das nutze ich nicht, schickst du denen hin und irgendwann die Scheune zurückschicken. Punkt. Das ist, das ist nicht ordentliches Arbeiten. Ja. Konnte man, habt ihr was wahrgenommen, sind Anfragen an euch gekommen zum Thema Ausstattung? Weil hier, ne, Schildkröte? Ja. Die Siegschildkröte. Hat ja nicht jeder Schüler ein Laptop? Ähm, die, es ist ja jetzt so, vom Fing, das ist jetzt leider gekommen, dass er in den, dass Schülerinnen und Schüler, so wie jetzt die Lehrkräfte ja auch ein Laptop bekommen, beziehungsweise auch ein Tablet zur Verfügung gestellt vom Land, vom Land Niedersachsen halt. Ja. Wir kennen ja manchmal an Schulen vom Gymnasium am meisten, von denen gibt es halt die Tablet-Klassen. Ja. Vor allem, und das gibt es ja die Möglichkeit auch, dass dann die Lehrkräfte und Schüler auch welche haben können. Vor allem, das Problem ist halt vor allem, es kam jetzt an. Und wir sehen vor allem, Corona, okay, Corona würde uns jetzt nicht verlassen halt, aber die Maßnahmen gehen jetzt weiter runter halt. Ja. Und das ist manchmal auch so, das Ding, es kommt viel zu spät an. Und das Ding ist halt vor allem, die Schulen sind auch darüber nicht ausgerüstet halt. Die haben ja immer noch die, keine Ahnung, die Holzleitung, würde ich mal so sagen halt. Und das ist manchmal auch das Problem halt, weil die kriegen das Geld zur Verfügung halt, aber die Maßnahmen kommen manchmal nicht schnell umgesetzt halt. Natürlich typisch deutsch, Bürokratieaufwand hoch tausend halt. Aber es ist zu spät, aber es geht in die Richtung. Tablets ist wirklich was Gutes. Vor allem ist das ja eine Geschichte, das hat ja nichts mit Corona zu tun, dass du am Laptop digital arbeiten kannst. Auch das wird ja weitergehen. Nein, wir sehen auch jetzt zum Beispiel auch, dass zum Beispiel das E-Commerce halt, das Internetkauf wirklich eigentlich jetzt ja boomt und alles auch schon vor Corona hat das ja geboomt halt. Und das geht ja auch zum Beispiel, muss ja auch wieder ausgebildet werden. E-Commerce ist ja auch zum Beispiel ein Ausbildungsberuf halt, wo ja auch wirklich Sachen hin und her geschoben wird. Die Bürokratie, der Bürokratieaufwand geht ja nicht weg, aber zumindest der Papieraufwand halt geht auch weg. Weil man kann ja zum Beispiel mit einem Tablet ja zum Beispiel Schulbücher aufmachen, wie auch über iSurf reingehen und so. Das Tablet oder das Laptop bietet ja auch viele Möglichkeiten, solange es natürlich, wie gesagt, alles einheitlich ist. Wir haben auch manchmal an Schulen halt, die unterschiedlich aufgebaut sind, zum Beispiel das IOS von Apple oder von Windows. Microsoft hat ja auch zum Beispiel ein eigenes Betriebssystem, das manchmal durchgemixt ist. Und da kommt auch sehr oft die Fehler auf. Aber so grundsätzlich würde ich nämlich sagen, dass es viele Sachen passiert sind, die gut waren. Ja. So schlimm und so traurig und so dramatisch, wie die Corona-Situation natürlich war. Aber da sind ganz viele neue Fenster aufgegangen an Optionen, die vorher nie denkbar gewesen sind. Ja, das finde ich auch halt. Corona hat leider viele Schattenseite halt. Und aber was gut ist halt davon, war halt, dass die Digitalisierung wirklich einen guten Schub bekommen hat. Manchmal war es zu tolle halt, dass die Lehrkräfte manchmal auch nicht hinterher kamen halt. Aber wir müssen auch langsam da auch Fortbildung machen für Lehrkräfte. Nicht nur für Lehrkräfte dazu, sondern auch für Eltern, Erziehungsbereiche und auch für Schülerinnen und Schüler halt. Weil die kennen sich manchmal auch selber nicht aus, was zum Thema Schule, meine Schule nicht, aber zum Thema Digitalisierung, Tablets und Co., wie gehe ich damit um und alle. Auch zum Thema Thema Mobbing ist ja auch zum Beispiel der Fall, was auch gute Arbeit eigentlich da gemacht wird. Hashtag Gleichwärmung. Aber das ist wirklich sowas. Und ja, also sehe ich auch so. Mein Mikro, das springt immer wieder hoch. Du weißt doch, technisch die begeistert. Ja. Du hast eben deine Klassenlehrerin angesprochen. Ja. Ja, sehr positiv dargestellt. Naja, sie ist ja leider nicht mal meine Klassenlehrerin, aber inoffiziell. Man sagt ja zu, letzte Woche halt ja zu Söder halt Kanzler der Herzen halt. Sie ist Klassenlehrerin der Herzen halt. Ob Söder jetzt der Kanzler der Herzen ist. Ja, man. Ich will mich nicht politisch äußern, aber. Ja, das sagt man halt. Ich will mich auch nicht dazu politisch äußern. In meinem Herzen ist er nicht. Das kann ich sagen. In meinem Herzen sind eh schon mehrere Leute halt da. Es gibt auch keinen Platz mehr. Es gibt die Nandosche Regel. Wir haben in Salzhausen, Lea und ich haben die Nandosche Regel entwickelt. Okay. Interessant. Was ist das? Lea, ich weiß nicht, ob Lea zuguckt. Also, du kickerst und gehst mit der Grundhaltung rein, ob ich gewinne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Verlieren werde ich nicht. Ja. Also der Mann, der das entwickelt hat, heißt Nando, ein Jugendlicher. Die, ob Söder Kanzler der Herzen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Meiner ist er nicht. So, egal. Schwachsinn. Entschuldigung. Nee, aber ob du einen Lieblingslehrer hast, ob du einen Lieblingslehrer hast, der dich inspiriert hat, vielleicht auch das Engagement zu leben, was du so lebst, ob es einen Klassenlehrer gibt an der Grundschule oder an der Oberschule oder an der IGS warst du, ne? Nein, nein. Ich war zuerst auf einer Grundschule, dann war ich auf die Förderschule und dann auf die Oberschule und dann… Also Oberschule. Nee, ich war an mehreren Schulen. Ich war Grundschule, Förderschule, Oberschule und dann jetzt auf die BBS. Auf der BBS. Also ob es einen Lehrer gibt, der dich inspiriert hat oder ob du einen Lieblingslehrer hast, so Alltime-Klassenlehrer. Ich hatte immer tolle Lehrkräfte, muss ich da wirklich dazu sagen. Natürlich gab es Höhen und Tiefen halt, aber mir fällt jetzt Patroc jetzt nicht einer ein. Viele Lehrkräfte haben mich in meiner Arbeit unterstützt, was ich auch wirklich toll finde und das sollen die auch immer tun, halt wirklich Schülerinnen und Schüler wirklich zu unterstützen, halt zu sagen, von wem steht auf, wenn euch nicht etwas gefällt, steht auf, lasst euch wählen halt. Und alternativ wirklich auch zu den Stellen hinzugehen, wir aber wirklich ad hoc jetzt Lehrkräfte zu benennen halt, wie gesagt, meine Klassenlehrkraft, meine ehemalige Klassenlehrkraft von letztem Jahr, sie ist ja zum Beispiel eine normale Lehrkraft, die ist bei mir wirklich, die ist wirklich eine tolle Lehrkraft halt, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte aber auch immer tolle Klassenlehrkräfte auch wirklich, von Grundschulbereich, in meiner Förderschule, in meiner Oberschule halt, hatte ich immer tolle Klassenlehrkräfte halt, vor allem an der BBS war es schon ein bisschen schwieriger halt, aber da muss man so sein, in der BBS gehen 130 Lehrkräfte da, sind ja da und da gibt es auch wirklich Höhen und Tiefen halt und das ist halt, okay, BBS ist ja auch eine erwachsene Bildung, sagt man dazu eigentlich, genau. Wir hatten ja schon zwei oder drei Einheiten zum Thema Schule, hier bei Twitch, also wir waren hier mit einer Lehrerin von der Oberschule. Ja, die habe ich sogar gesehen. Und mit dem Schulsozialarbeiter, ja und mit den Webcoaches auch, das gehört ja auch zum Thema Schule dazu. Ich weiß gar nicht, ob Lea das gemacht hat, ob die Frage bei Lea auch war, also Lea war mit der Kollegin Silke da, die die Webcoaches macht, ich war mit Schulsozialarbeit und der Lehrerin da. Die Frage, die wir immer hatten, war auch, gibt es eine Traumschule? Wie würde eine Traumschule von dir aussehen? So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit ungefähr. Also, für eine Traumschule bräuchtest du ja bestimmt drei Stunden, bis man das so erzählen Ja, hau raus. Eine Schule miteinander. Deswegen, was ich auch toll finde, ist, wir haben ja zum Beispiel in Hannover, gibt es da zum Beispiel die Schule eine sehr tolle Inklusion, jede Schule ist inklusiv, aber da hat es das auch gezeigt vorwegen, die wurde auch rausgezeichnet als beste Schule Deutschlands halt zum Beispiel, wo auch im Grundschulbereich, das war eine Grundschule in Hannover halt, wo auch Schüler mit Handicap da waren und alles und die miteinander gemacht haben. Und das hat man auch gesehen vorwegen, dass es gut ist halt. Das geht leider das Landesschulgesetz leider nicht her, dass sowas existiert, aber zum Beispiel so etwas auch wirklich weiterführend zu machen, halt miteinander zu machen und alles, aber auch zum Beispiel jetzt nicht, ich finde, was auch an der Schule, ich weiß nicht, wo es war, ich glaube Hamburg oder auch woanders, ist zum Beispiel auch nicht, dass man zur Schule wirklich schulfeste Zeiten halt hat, sondern zum Beispiel die Lehrkraft hat einen bestimmten Raum und dass man einen Jahresplan bekommt und so sagt, du musst x Stunden in Deutsch sein und dann musst du immer in Deutsch, in deinen Unterricht in Deutsch reingehen, in deinen Niveaustufe halt her und es wird dann dokumentiert und so lange und zwischendurch kommt auch Test und alles, so wie in der Schule. Also man hat so gesehen den ganzen Tag auch gegebenenfalls Zeit dafür. Ja, das ist nicht so ein festes Modell. Du fährst um 7.45 Uhr oder 7.30 Uhr oder 8 Uhr an, sondern halt so von wegen, die Lehrkraft ist von 9 Uhr bis 9.45 Uhr im Raum, keine Ahnung, E1 halt. Und du siehst von wegen, du brauchst ja noch die Stunden halt, du kannst zum Beispiel jetzt vorarbeiten, du kannst dann sagen, okay, ich kann zum Beispiel Deutsch täglich machen, weil ich mache Deutsch komplett durch und alles halt, und du wirst dann auch in Deutsch geprüft, als Beispiel halt, so von wegen in Deutsch geprüft halt und da hast du Deutsch dann gleich hinter dir. Du hast zwei Monate Deutsch richtig intensiv durch und dann hast du Deutsch gleich hinter dir und du musst Deutsch noch gar nicht mehr machen. als Beispiel zum Beispiel. Habe ich noch nie was von gehört, von dem Modell. Ich habe es genau noch nicht so, nur so Ähnlichheit, weil wir kennen es ja eigentlich so vor vielen, dass ja eigentlich die Lehrkräfte zu den Klassen hingehen. Ja. Aber wie sieht es eigentlich mit umgekehrt aus? Ja. Deswegen halt. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo man auch mal nachdenken kann. Das Problem ist halt, das muss immer nachschauen wie ein Schulgesetz, aber die Idee, auch ich sage immer vorwiegend, egal wie dämlich manchmal die Idee ist, halt da ran halt, weil dass irgendwann kommt wirklich der Tag X, wo du wirklich die Idee wirklich nochmal brauchst. Ja. Ja, krass. Ich finde das amerikanische Modell grundsätzlich gar nicht schlecht. Ja. Man muss vielleicht noch so 7.000 Punkte Patriotismus davon abholen. Mindestens, mindestens. Mindestens. Das ist natürlich schwach. Also, ich finde es schwachsinnig. Aber du kriegst glaube ich gut hin, dass du einen Schul-Spirit hinkriegst. Ist ja nicht nur, also, einmal, ich bin natürlich Fußballer, dass du praktisch dann praktisch auf die Schule gehst und gleichzeitig in deinem Schulteam Fußball spielen kannst. Und dich dann messen kannst, dass es seit tausend später gegen Hand steht. Ja. Und die machen dann ein Fußballspiel. Und dann hast du gleichzeitig die Musikklasse, die vorher praktisch auf dem Sportplatz Musik machen kann. Ja. Ihr Lied spielen. Chili, da fände ich schwachsinnig. Also, du meinst das so wie die Universität mit so groß, groß an den gelegten Spielernzüge? Die muss ich wirklich sagen, Frau Fink. So, welche Spielmannzüge wirklich hier in Deutschland? Ah ja, ich würde Dauerkarte haben, wenn es um die Ecke wäre. Aber, nee, ich meine eher, dass du den Spirit hinkriegst und dann kriegst du ja auch Sachen verbinden. Okay, heute spielen die Handballer und die Musiker haben gerade ein neues Lied geschrieben. Ja, du meinst wirklich so wie Verbände halt so. Und dann kommen Leute, die zugucken können. Ja, ja. Und dann gibt es Leute, die Catering machen können, die eine Schülerfirma haben und die Leute, die das Fußball spielen und die Musik gleichzeitig angucken wollen, die können auch noch verköstigt werden. Damit könntest du so ein Ding hinkriegen, du kannst denn ja als Schülerfirma praktisch sowieso auch agieren. Ja, wir haben ja an vielen Schulen ja die Schülerfirma. Ich weiß, genau. Und du hast dann praktisch Leute, die kochen. Ja. Die regional, bio, fresh Sachen herstellen und verkaufen. Ja. Getränke auch. Ja. Also, man könnte es ganz, ganzheitlich denken und das können auch gleichzeitig immer Unterrichtsinhalte sein. Ja, so wie Naturwissenschaft kann man ja so nennen. Von wegen hautnah erleben halt. Das bietet ja zum Beispiel, ich glaube ja auch, die Zukunftswerkstatt ja so an. Genau. Von wegen, man fährt da hin und man erlebt das ja wirklich selber, was sowas auch wirklich mega geil ist. Man kennt es ja im Unterricht so von wegen, ja, was warst du da cool, du stößt das an mit x Newton, wie weit geht das von Metern und alles. Das ist immer was anderes, wenn man das hautnah erlebt, so miteinander halt. Und das finde ich halt immer toll, wenn man das miteinander erlebt hat. Das gab es halt zum Beispiel bei der Ideen-Expo in Hannover halt. Das gibt es auch manchmal zwei Mal im Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr ist es ausgefallen, wegen Corona halt. Und das ist wirklich so, wo auch Schülerinnen und Schüler hautnah da hinfahren können. Das ist ja auch wirklich eine Messe, nur für Schülerinnen und Schüler, wo auch MINT-Bereiche da vorgestellt werden und so. Und dann kannst du wirklich hautnah, keine Ahnung, die G-Kräfte auswickeln, wo wirklich dein Arm ist, was hin und zehrt, wo du die G-Kräfte hautnah erleben kannst, wo du wirklich deinen Traktor fahren kannst, wie du Wasser berechnen kannst, weil die Feuerwehr da ist und so weiter und so fort. Da war auch selber die Zugangswerkstatt Buchholz da in der Ideen-Expo vor zwei Jahren. Das war 2020, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere. Kann sein. Kann sein, keine Ahnung mehr. Das war schon so lange her. Es war eine tolle Seite. Die Ideen-Expo wäre, wenn Schulen hier hören und alles, Ideen-Expo, wenn die wieder stattfindet, fahrt hin. Fahrt wirklich hin. Da war jetzt wirklich nicht nur aus Niedersachsen, sondern auch welche aus Amerika waren auch wirklich da aus Besuch. Wir hatten da welche aus Füssen, also ganz unten. Komplett aus Deutschland waren Leute da und haben die Ideen-Expo angeschaut. Das ist ja auch in der Hannover-Schulmesse dran. Okay. Und ich finde halt, dass alle Schulen ziemlich furchtbar aussehen, was die Architektur betrifft. Also es sind ja einfach echt keine schönen Gebäude, nirgendwo. Naja, mir wurde schon mal gesagt, von der Lehrkraft wirklich vorwiegend, wir kommen in Gefängnis. Und das ist noch, wenn es gut läuft. Das ist wirklich, wenn es gut läuft. Also jetzt wirklich, wir sehen ja echt alle aus wie ein grauer, hässlicher Kürz. Nicht alle, wenn wir die EGS Hitchfeld ansehen, die haben ja einen schönen Neubau bekommen halt, wenn wir das Gymnasium Winsen anschauen. Die haben ja auch einen schönen Neubau bekommen halt. Wir haben die Bau- und Investitionsplanung halt, also wie viel gehen wir aus in ein Jahr, in den nächsten Jahren, so eher gesagt, vorwiegend. Und sehen wir halt vorwiegend, viele Schulen werden modernisiert und gut ausgestattet halt. Da ist es auch irgendwie so. Und dann ist es ja nur von außen geredet. Weil innen sieht es ja auch nicht schön aus. Nein, von innen sieht es noch krass aus. Du hast überall pekigen Teppichboden, du hast überall pekige Wände, du hast überall die gleichen Tische und Stühle. Wir wollen noch nicht mal bei den Toiletten anfangen. Davon wollen wir wirklich nicht reden. Nein, nein. Also es ist ja oftmals auch echt eine nicht so schöne Lernatmosphäre, muss man ehrlicherweise zugeben. Ja, es kommt, es kommt, ja, es kommt darauf an, wie die Räume ausgestattet sind. Natürlich bei vielen, was schlimm ist, welche haben wirklich auch noch Kreidetafeln halt, was auch nicht mehr aktuell ist, sondern viele haben ja Active Board, White Boards halt, was eigentlich zeitgemäßer ist halt, was auch besser und gut aussieht halt. Aber Kreidetafeln, das sieht nicht toll aus. Gibt es noch Overhead-Projektoren? Bestimmt. Safe. Ja. Ja. Ja, ich kenne Schulen, die noch OHPs haben. Ich weiß auch, ich habe früher noch in der fünften, sechsten Klasse auch noch OHPs wirklich selber benutzt und alles. Ja. Jetzt, wenn ich bei Schulen frage, ich so, ja, ich möchte gerne eine PowerPoint drauf machen, sagen die, wir haben ja keinen, wir haben einen OHP, wollen die einen OHP haben? Wenn ich mit einem USB-Stick ankomme und sage, ich möchte gerne eine PowerPoint machen, ist nicht so toll. Ist fragwürdig zumindest. Sehr stark, sehr stark. Ja. Traumschule. Wobei, ja, genau. Also, ich baue die. Also, wenn mir jemand Geld gibt, dann baue ich eine geniale Schule. Kein Ding. Also, ich glaube, das würden so viele Schulen auch machen. Ähm, dann hätten wir noch eine Frage. Ja. Und das ist keine Frage, die von den Jugendlichen gekommen ist, sondern, achso, ich habe hier doch noch, ja, egal. Also, machen wir erstmal das. Noch mehr Seiten gefunden. Ja, ja, ja. Ähm. Jede Frage ist willkommen. Ich freue mich. Ja. Also, das hatten wir auch schon mal gespielt. Du kennst es ja bestimmt auch, du hast verschiedene Lehrertypen. Ja. Was hast du dir reservieren lassen? Bestimmt eine Schule. Oder das Geld. Das Geld für eine Schule. Oder ein Overhead-Projektor. Ja, oder den OAP. Den OAP noch von früher und alles, wo man den anstellen muss und nochmal 10 Minuten warten, bis er es da richtig angeht und so. Ja. Aber, also, Tosi Polle, was hast du dir reservieren lassen? Ich habe nämlich gleich noch, also, ich kann das Spiel schon mal vorstellen. Nicht Spiel. Aber, es gibt Lehrertypen, die gibt es an jeder Schule. Mhm. Und, es gibt Lehrertypen, die sind ja schon, die müssen da nicht mehr sein. Jeder von uns fünf Lehrertypen, die in einem, in unserer Traumschule nicht mehr sein sollten. Ja. Wir warten jetzt noch kurz, ob Tosi Polle was schreibt, was sie sich reservieren lassen hat. Ich würde auf jeden Fall sagen, an keiner Schule braucht es mehr. Die gibt es, glaube ich, also aus meiner Schulzeit kenne ich die noch auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, wenn man, ach, den Overhead-Projektor, ja. Genau. Ja. Ja, den Choleriker. Ja, egal, was ist, der sofort anfängt rumzubrüllen und Leute anfängt runterzumachen. Ja. Gibt es, glaube ich, immer noch. Ich glaube, es werden weniger, aber ich glaube, die gibt es immer noch. Ja. Ich habe auch einen, die Einschlaffenden. Man kennt es halt so von wegen, man schreibt eine Arbeit oder irgendwas und man sieht halt so von wegen, oh, vorne, dass die Lehrkraft dann irgendwann anfängt einzupennen. Das ist mir wirklich auch schon mal passiert, dass wirklich bei mir eine Lehrkraft eingepennt hat, während einer Arbeit, ja. Das war, war lustig, sogar. Und was habt ihr gemacht? Boah, wir, 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 wir sind ja, wir sind ja nett und alles, wir haben nix gemacht. Wir haben, wir haben auch den nicht aufgeweckt und alles. Die Leute sollten, wenn die schlafen, sollen die auch schlafen und alles. Ja, ich hätte halt die Arbeiten ausgetauscht untereinander. Ja, das darf ich, das, ich, nein. Ich hätte es getan. Ja, aber einschläfernden gibt es, glaube ich. Das gibt es immer. Ja. Ich überlege gerade. Soll ich noch einen machen? Nee, ich habe. Ich überlege nur, ob man, ob ich jetzt, also, ich muss ja im Konjunktiv bleiben. Also, wir hatten Lehrer, die im Lehrerzimmer, also ich meine, es ist ein bisschen was her, ne? Also, ich meine. Bei dir gab es bestimmt noch ein Raucherzimmer, oder? Safe. Ja, ja. Safe, Raucherlehrerzimmer. Und das ist aber, das wäre okay gewesen. Es gab aber auch, der ein oder andere Lehrer, die ein oder andere Lehrerin, hatte auch immer einen Geheimvorrat an alkoholischen Getränken. Ich kenne auch wirklich Lehrer, die sternhagelvoll, die sternhagelvoll unterrichtet haben. Ich, ich, ich zum Glück nicht, zum Glück nicht. Und nicht nur, und nicht nur einmal, sondern einfach regelmäßig. Wo man jetzt eher im Nachhinein dahinter gucken würde und sagen, ja, aber Alter, da ist ein Alkoholproblem dahinter. Aber wirklich. Da hätte man, also, keine Ahnung, da hätte man als Schüler sowieso jetzt machen können, aber... Doch, doch. Ja, damit ist das ansprechend, aber letztlich, ähm... Aber der Unterricht wäre lustig. Der Unterricht war bestimmt lustig dann. Wir haben halt gestickt. So, die war halt regelmäßig sternhagelvoll, hat Unterricht gemacht, das war auch alles in Ordnung, aber bei den Arbeiten war sie halt so voll, dass sie nicht mehr gemerkt hatte, wer wo abgeschrieben hat. Und als Schüler ist man ja letztlich in der Situation, dass man immer auf seinen eigenen Nacken guckt und wir hatten gute Noten in dem und dem Fach. Das haben wir dann in Kauf genommen. Ja. Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, das würde es mittlerweile auch nicht mehr geben, weil das System einfach enger wäre, würde, sein würde. Dank deiner Arbeit möglicherweise, dass es Räume und Möglichkeiten gibt, sowas anzusprechen. Ja, es gibt ja immer Leute, die man immer etwas ansprechen kann halt. Wir haben ja, wie gesagt, die Schuhe total weiter. Wir haben euch halt, wo man halt sagen kann, vor allem, jo, mir ist was aufgefallen, ist das eigentlich in rechten Dingen halt? Ja. Oder mir ist aufgefallen, dass die ein bisschen nach Manuana geraucht hat. Also nicht, aber einfach wirklich derbe Alkoholiker, die wirklich Sternhage vor dem Unterricht gemacht haben. Ja, weil die ja immer noch die Sorgfaltspflicht haben, immer noch für die Schülerinnen und Schüler, egal welchen Alter, ja. Ja. Aber wenn die schon alkoholisiert oder irgendwas anderes zu dich genommen haben, wo die nicht mal so richtig klar denken können, das ist nicht gut. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Aber ich habe auch sonst noch einen. Das sind die Zukunftverweigerer. So vorwiegend, alles, was neu ist, ist scheiße. Ja. So vorwiegend, bei mir war es so vorwiegend, oh, hier Digitalisierung, nee, nein, bitte nicht. Das ist so typisch. Das sieht man wirklich an vielen Schulen halt vorwiegend. Das gibt es wirklich Leute, die sagen vorwiegend, nee, ich möchte kein Tablet, ich möchte immer noch die OHPs haben mit Folie und Bitte und alles drum und dran und, nee. Ja, guter Punkt. Ich hatte auch, nicht an meiner Schule, aber ich kenne auch immer, also es gab in meinem Jahrgang und in meinen Jahrgängen immer wieder gerüchteweise, dass Lehrer was mit Schülerinnen haben und umgekehrt. Lehrerinnen mit Schülern. Ja, man vermunkelt das ja immer und alles, aber am Ende. Also bei uns stimmt das, weil die haben nachher geheiratet? Ach du Scheiße. Ja. Oh. Aber ich glaube, auch das ist eher so, wird immer weniger. Das ist, mir ist kein Fall bekannt halt. Das sind auch wirklich ein von einer Milliarden Zufälle. Ich glaube, so groß ist es nicht, aber. Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen halt und wenn ich irgendwas weiß, würde ich das auch nicht sagen halt. Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich ein Doku. Auf jeden Fall. Deswegen halt. Ja. Ich habe sonst die, mir ist alles scheißegal, Person. Ja. So von wegen, hat er ein Problem, ist mir egal. Ja. Ich habe hier Probleme, ist mir egal. Und so weiter und so fort. Wirklich, das ist so nur, ja, ich hasse Schüler. Ich hasse Schülerinnen und Schüler. Oder was willst du von mir? Ja. Das gibt es dann wirklich von vielen, man hat wirklich ein paar schon wirklich so, dass wirklich, okay, man hat Tage so vor wegen, wo man am liebsten sagt, vor wegen, bleib weg von mir, sonst, ich töte dich. Ja, aber das ist glaube ich, das merkt man ja, aber ob es immer so ist oder ob jemand bei mir sagt, das ist finde ich kein Problem. Aber es gibt es ja wirklich Lehrkräfte, die so sind. Ja, aber das, aber das Ding ist halt auch von wegen, es sind auch wirklich, man muss dazu sagen, es sind Ausnahmefällen. Viele Lehrkräfte sind und bleiben wirklich tolle Lehrkräfte halt. Wir haben, wir sehen das an der Oberschule halt, an das Gymnasium, wir haben an so vielen Schulen wirklich so tolle Lehrkräfte halt. Das ist, macht 99,99 Prozent aller Lehrkräfte aus, die machen einen tollen Unterricht halt. Weil, die nehmen auch wirklich Schülerinnen und Schüler auch mit und so. Und wirklich, und das, was wir gerade gesagt haben, sind ja wirklich nur Ausnahmefälle, wirklich nur ein Bruchteil davon. Ja. Deswegen halt, wenn man denkt, so vor wegen, ja, das sind ja immer Lehrkräfte, die an jeder Schule sind. Ja, es gibt wirklich Lehrkräfte, die vielleicht an jeder Schule sind, aber das sind auch nur Ausnahmefälle halt. Deswegen, wir wollen hier auch keine Lehrkraft irgendwie in irgendeiner Rolle ranchecken. Nein, 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 aber es geht ja, genau. Ich habe auch noch jemand, hast du noch einen? Äh, nee, vielleicht kannst du hast auch noch einen. Ich suche gerade ein Wort dafür. So schmuddelige Typen, die also ständig im Klassenraum essen, mit Brot krümeln, alles voll krümeln, hatten wir einen, also da kann ich mich dran erinnern. Das heißt, das, ja. Mit ständig fettigen Fingern im Heft rumfummeln, die dann ständig auch, ähm, gut. Ja, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähnlich langen Bart hatten wie ich, noch länger, also so eher so Typ Religionslehre Oldschool und wo dann die ganzen Brotkrümel im Bart gehangen haben. Ja, wo man schon sehen kann, so vor allem, was hat er uns heute zum Frühstück. Und wo du immer denkst, so, hau ab, geh mir nicht so dicht bei dir. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber das Geilste ist immer so, ähm, das sind dann die Lehrkräfte, die dann später sagen, nee, ihr dürft nicht, äh, wir dürft nicht im Unterricht essen und alles. Aber selber, dass sie alles tun, das ist, ja. Ja. Also Schmuddeltypen. Ja. Du bist? Hm? Oder hast du keinen mehr? Ich hab so keinen mehr. Sonst hast du noch eine Frage. Ja, gleich. Ich überlege noch, ich hab noch einen Typen auch noch. Äh. Nee, gar nicht so. Wir hatten einen Lehrer, der sich ständig, ähm, eingemischt hat. Ich hab sogar zwei noch. Einmal einmischen in Sachen, die ihnen gar nichts angehen. Wenn Schüler, also natürlich muss man sich darum kümmern, wenn die Schüler Probleme haben, aber wo du gemerkt hast, das ist nicht auf Augenhöhe oder mischt sich in Freundschaftseingelegenheiten ein. Ja, ja, ich hör's auch so. Das fand ich schräg. Und wir hatten einen Lehrer, der auch ständig in der Mädchenumkleidekabine aufgetaucht ist, um das Klassenbuch zu holen. Auch das gibt es, glaub ich, heutzutage nicht mehr. Das ist das Warnsystem. Nein, heutzutage hat sich gut dahin entwickelt, dass das sofort auffällig werden würde. Aber wie hat das wirklich noch denn, wo auch bewusst ganz klar war, das Klassenbuch, gibt's eigentlich noch ein Klassenbuch, ja, ne? Ähm, es gibt's jetzt heutzutage auch den digitalen Klassenbuch. Okay, aber wo klar war, äh, das Klassenbuch kann man ja auch entweder mit in die Turnhalle nehmen oder, ähm, das ist bei den Jungs, oh ja, schreibt quasi Polle grad, da hab ich auch noch einen von, ähm, und das war so, der ist jedes Mal in der Mädchenumkleide aufgetaucht. Ja, über sowas geht nicht. Auf gar keinen Fall. Wir haben das irgendwann so gelöst, dass wir die Umkleiden getauscht haben. Ja. Und dann kommt er in die Jungsumkleide rein und dann die Tür hinter ihm zu und sagen so, Digga, Vorsicht. Ja, ja, das ist, äh, heutzutage gibt's zum Glück. so was nicht halt. Glaube ich auch nicht. Und wenn, wenn sowas, ähm, existiert, wenn sowas passiert halt, ähm, gibt's ja, wie gesagt, auch die Stellen halt, wo man es melden kann. Genau. Ähm, einmal kann man es aus Versehen passieren, wo man sagt, oh scheiße, ich hab die, ich hab statt die, ähm, die zweite Tür jetzt erst aus Versehen die erste Tür. Kann ja passieren, weil man sagt, oh, Piss, zumachen und weggehen halt. Aber, aber wenn es öfters passiert, gibt's halt die Stellen, wo man halt auch das sagen kann halt. Weil, da sind wir dafür, sind wir auch dafür da, sind ihr natürlich dafür da und es ist jeder andere, ähm, erwachsene Mensch auch, eben, und Eltern und andere Lehrer und Schulsozialarbeiter. Genau, man kann, man kann es halt ansprechen. Man sollte es, ähm, nicht, man sollte es ganz gesittet auch ansprechen halt. Ja, genau. Hier ist noch der mit Bundeswehrbefehlston, kenn ich auch noch, der ausschließlich rumbrüllt. Ja. Ja. So, so welche Leute gibt's auch immer wirklich. Aber das ist, ähm, das ist natürlich auch so, wie die es auch gelernt haben und, ja. Ja, weiß ich nicht, ob die das wirklich gelernt haben oder ob das irgendwann so organisch gewachsen ist, weil ich glaube, hoffe, dass es keine Uni gibt, die das so lernt. Lernt. Naja, vielleicht, vielleicht hat das so viel in einem Bund gewesen. Es gab's ja früher noch, früher, ich hab's zum Glück jetzt nicht erlebt, aber du ja bestimmt auch, äh, du bestimmt schon halt, ähm, dass man ja im Bund sein muss. Ja, nee, ja, also, ja. Die Wehrpflicht gab's ja früher. Oder Zivillings gemacht hat. Ich hab übrigens noch einen Lehrertypen, den Alt-Nazi. Ja. Hatten wir auch noch. Bei dir bestimmt schon heutzutage, zum Glück jetzt nicht, weil, ähm, wenn man irgendwie Lehrkräfte zum Thema Geschichte oder Politik irgendwas fragt halt, ähm, denn sie auch wirklich auch sehr sensibel hat und einfach, wir können euch so nicht großartig was sagen, aber sowas manchmal gut und manchmal schlecht ist. Ja. Genau. Fragen hab ich keine mehr. Das waren alle Fragen, die hier so gestellt worden sind. Aber, wir sind jetzt zehn Minuten vorher fertig. Das ist aber, ach, ich kenne das sonst nochmal, ja, deswegen halt. Hast du noch Fragen? Mir ist, mir ist auch eine Frage, ähm, zugeschickt worden halt, vorwiegend, was wünscht sich der Kreistag, weil es ist ja Kommunalwahn neu gewesen, was wünschen wir uns als Kreisschülerrat eigentlich? Und das ist für mich halt sehr wichtig zu sagen, vorwiegend, lieber miteinander zu reden statt übereinander. Was ist für mich halt sehr wichtig halt auch für den neuen Kreistag halt ist, dass man, wenn, wenn politische Entscheidung ist halt, führt zum Thema Bildung, Schule und so, dass man auch die Schülerinnen und Schüler anspricht. Das sind nicht nur, nicht nur wir, kann man nicht nur uns ansprechen halt, sondern man kann auch gleich direkt an den SVen oder an den Schulen auch gleich ansprechen halt. Und das ist, das ist für mich halt immer sehr wichtig halt. Ja. Und, ähm, oder auch was auch für mich auch, neben natürlich auch miteinander reden, ist auch für mich halt auch sehr wichtig, äh, für den neuen Kreistag, dass auch viele, ähm, SV-Projekte auch realisiert werden und auch, auch da haben wir auch zum Thema Digitalisierung auch mehr reingehen, natürlich zum Thema Schulgröße auch sehr passend halt, aber, ähm, dass die Schulgröße umgewandelt wird, zu einer Rennmaus zum Beispiel. Gepard. Oder das. Gepard. Oder zum Gepard, geht ja auch zum Beispiel halt. Ja. Deswegen halt, ähm, aber was, zum Beispiel, was wünschst du dir eigentlich zum neuen Kreistag? Das ist ja neu gewählt und alles, auch bei dir ja, Salz haut ihr auch noch rein. Du hast, ihr habt ja auch ein tolles, ähm, Vorstellungsvideo gemacht von den Leuten, die in Samkemein reingegangen sind, halt, ähm, ähm, hier, Theresa Bostelmann ist ja von der JU halt, ist ja JU-Vorsitzende von Vincent halt, mit der habe ich auch sehr gut zu tun und so wirklich eine nette Person halt, äh, und, ähm, hab auch dann auch, auch durch ihr, auch euer, äh, Vorstellungsvideo auch, auch eingesehen und so und das, das ist auch, auch sehr wichtig. Was, was wünschst du dir jetzt? Von unserem Rat? Also, ich kann, ich kann, ich kann mir gar nichts wünschen, weil ich finde, dass unser Jugendausschuss, unser Samtgemeinderat, unser Rat in der Gemeinde Satzhausen unsere Arbeit von vornherein immer sehr, sehr gut unterstützt. Ja. Wir haben volle Rückendenkung von allen möglichen Parteien, Verbänden, Wählerorganisationen und Verwaltung, äh, da können wir uns gar nichts wünschen, weil das ist so, wie es ist, sehr, sehr gut. Dann wäre mein Wunsch, wenn ich das so zusammenfasse, dass das so bleibt. Da habe ich auch keine Angst, dass es nicht so ist, sondern das ist, ich glaube, die Mehrheitsverhältnisse sind fast gleich geblieben bei uns in der Samtgemeinde. Ja, weil das ist im Kreistag ja auch. Das ist ähnlich geblieben, deswegen, ähm, wäre es das, was ich mir wünschen würde, dass wir weiterhin viel Support kriegen, was wir bisher auch getan haben. Was, was auch wichtig ist, man sollte immer, immer die Jugend fördern, Schule, Jugend, immer fördern, ähm, auch durch ein Jugendzentrum oder auch eigene Projekte durch die Stadt zu machen, zum Beispiel einen Jugendparallel, einen Jugendrat zu machen. Ja. Und wenn man sowas auch macht, halt, auch die Jugendliche ins Boot zu holen und da hat man zum Beispiel auch die SV, wir als Schülerrat stehen ja auch immer gerne zur Verfügung und alles, weil wir haben ja die Connection zu den Schulen, zu vielen Schulen halt und wir können auch dazu, auch immer Antwort, eine Frage, Antwort immer geben, halt, ähm, und dass man am Ende wirklich sagen kann, wir sind auch damit zufrieden, weil die Jugendlichen mitgestaltet haben, wie das Konzept aussieht, halt. Und das ist, ähm, und da sehe ich auch sehr oft der Fall vor, wenn es über die Jugendlichen gemacht wird, dass es mehr, mehr gut gemeint hat, als gut gemacht ist. Genau. Und was mich bei unseren, in Salzhausen, bei unseren Räten freut, dass viele junge Leute mit drin sind. Du hast Therese angesprochen. Ja. Ähm, und da sind noch ein paar andere. Ja. Das ist richtig gut. Ja, man hat auch gesehen durch den Kreistag oder auch Gemeinde, Stadt und auch irgendwo anders, ähm, dass die Räte jünger wurden. Ja. Jünger, diverser und was auch gut ist halt. Auf jeden Fall, ja. Man sollte auch die Diversität in den Schulen auch fördern halt und wo auch zum Thema LGBTQI-Plus-Community auch sehr vieles machen halt, weil das auch zum Beispiel, das Thema wird ja auch nur an Schulen so näher, nur oberflächlich herangemacht und sagt, wir sind jetzt damit fertig, wir machen das nächste Thema an. Und da sieht man auch, das ist auch wieder ein nächstes großes Thema, was man auch machen könnte, kann und so. Deswegen, man hat viel zu viel zu tun in so einem wenig kurzen Zeitraum und da kommt auch noch die Schule auch mal dazwischen halt. Deswegen halt und, deswegen. Also, finde ich auch. Auf jeden Fall hatten wir gerade letzte Woche, also kann ich gar nicht, ja, hatten wir letzte Woche auch die Diskussion mit verschiedenen Protagonisten, dass in dem Bereich, ähm, noch ein bisschen was fehlt. Ein bisschen? Also, dass, das ist, ja, dass da noch Nachholbedarf ist. Ja. Und das an allen Punkten, an Haltung, an Äußerlichkeiten, an, ich finde am wichtigsten die Haltung. Ja, man, ähm, weil einfach, da gibt es einfach zu viele Vorurteile darüber halt. Und, ähm, weil viele, viele denken immer so vom Film, wenn man über die LGBTQ plus Community denkt, halt so vom Film, das sind wirklich Leute, wenn man schwul ist, dass man wirklich in einen Rock zur Schule geht und alles. Und dass man sich wirklich wie ein Mädel, wie ein Mädchen wirklich anzieht. Oder umgekehrt, wenn man lesbisch ist, wirklich sich wie ein Junge anzieht und alles und sich zu benimmt. Aber das ist nicht so und alles. Und, ähm, wenn man sagt, wenn man ja in der Grundschule, Kindergarten, äh, Grundschule oder, ähm, wirklich in der, in der Unterstufe halt sieht, halt in der fünften, sechsten, siebten Klasse und wirklich sieht, vor wen die beleidigen, halt auf Schule oder irgendwas anderes. Und wenn man fragt, vor wen, hey, was heißt das eigentlich? Ja. Dann sage ich, vor wen, ja, weiß ich auch gar nicht, das habe ich hier irgendwo gehört. Und man sagt, vor wen, das ist ja eigentlich persönlich schlimm. Und das ist eigentlich nur ein, naja, eine Orientierung, wie, wie alles andere auch. Genau. Deswegen, aber da machen wir auch was im Kreisschülerrad. Ganz gespannt sind sogar. Ja, dafür. Wir, wir, wir laden dich auch sogar ein. Ja, kommen wir. Also, kommen wir safe. Deswegen, ich, ich freue mich, ja. Wir haben viele tolle Projekte jetzt am Start. Aber da hast du recht, da sprichst du auch ein gutes Thema an. Da fehlt Schule manchmal, ja, ich will dich kritisieren, aber da fehlt Schule manchmal die Lockerheit. Leute, ich habe, das hatten wir auch in einem anderen Gespräch schon mal, ich habe das gesehen auf einer Instagram-Seite, dass in einer Schule in Spanien ein Schüler von seinen Mitschülern geärgert, gemobbt und, ja, gemobbt wurde, weil er ein rosa T-Shirt trägt. Der war nur von, aber rosa ist doch Botean. Die Schlussfolgerung mit dem Schüler war, der ist schwul, muss er ja sein, trägt er rosa. Ja, das ist. Als Konsequenz haben alle Lehrer an der Schule einen Rock getragen, um den Schüler zu supporten. Ja. Wie geil. Das ist, und das ist wirklich manchmal, wirklich. So, wie geil und so eine, würde ich, also, das ist ja einfach, haben wir, ja, also, besser geht's gar nicht. Ja, das ist, du nimmst alle mit, du setzt Zeichen. Ja, mit miteinander gehen. Du bist stabil, du hast eine Haltung, so, das würde ich mir manchmal einfach. Ja, aber weil es wirklich so ist, von wegen für Schülerinnen und Schüler, die in der Pubertät sind und erst mal, sagen wir mal so, ihre Phase haben und die sehen von wegen, oh scheiße, ich stehe nicht auf Frauen. Als Junge zum Beispiel, ich stehe nicht auf Frauen. Ist das ja nur eine Phase oder irgendwas anderes, wo man halt, du denkst so von wegen, Hilfe. Ja. So von wegen. Und da braucht es einfach viel mehr Haltung. Genau, halt, weil man sieht das dann auch in Schulhöfen oder irgendwas anderes, wo man so wirklich das als eigentlich, was eigentlich normal ist, als Beleidigung aufgefasst wird und was eigentlich nicht geht. Ja. Deswegen, und da sollten wir als Kreisführerrat und auch Schule und alles andere auch eine gute Haltung rahmen. Finde ich auch. Deswegen, aber wie gesagt, wir machen ein tolles Projekt dazu, sei gespannt halt. Wir machen ja nicht nur ein Projekt, wir machen dieses Schuljahr vier große Projekte, die vier große Projekte halt, es steht vieles Anhalt für die Schülerinnen und Schüler hier im Landkreis Harburg. Sei gespannt. Deswegen. Wir werden es supporten, wenn du uns die Sachen schickst, supporten wir es auf jeden Fall und wenn du uns einlädst, sind wir auch dabei. Ich freue mich, ja. Wir freuen uns auch. Und freuen uns noch mehr, dass du da gewesen bist. Ich, ich. Oder da gewesen, also immer noch da bist, aber dass du unser Gast bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unsere Zeit ist nämlich leider um. Ja, genau Punkt 18 Uhr. Punkt 18 Uhr. Ich bedanke mich halt für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne, ich bin richtig gerne vom Kreisstühlerrat halt. Wir haben für unsere dritte Staffel, keine Ahnung, ob wir die noch machen, wahrscheinlich ja, verschiedene Ideen schon. Möglicherweise kommen wir nochmal auf dich zurück. Ja, wir können sonst eine Runde zocken halt irgendwann. Ich zock nicht, aber wir haben noch andere Ideen. Ja, ich freue mich. Auch da sei gespannt. Wir unterstützen euch auch gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.